Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Frohe Ihnen wieder Nacht! Es ist doch Donnerstag, was ja eigentlich nur nicht mein Tag ist. Aber trotzdem streamen wir heute. Denn, warum nicht? So, ich habe jetzt mein Mikrofon, wie ihr hier seht, hier erstmal komplett mir ans Bild geschoben. Und ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Denn jeder Streamer hat sein Mikrofon direkt in der Fresse. Jeder Streamer macht das so. Und ich habe mein Mikrofon ursprünglich aus dem Bild geschoben, damit man das nicht sieht. Ich finde aber, dass mein Ton nicht perfekt ist. Und das kann natürlich in meinem perfekten Livestream nicht sein. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es heute einfach mal so. Und setze mal das Mikrofon ein Stück näher an mich ran. Und dann gucken wir mal, wie das ankommt. Ähm, ja. Also, ich weiß es nicht. Ich finde es halt, es sieht halt im Bild irgendwie dumm aus. Weil es halt so ein, weiß ich nicht. Es ist ja da so ein fettes, so ein fettes Ding im Raum. So. Und ich meine ausnahmsweise nicht mich. Weiß ich nicht. Ob es das ist. Ich meine, es sieht eigentlich ganz cool aus, weil es so unscharf ist. Aber es ist so riesig. Es ist so groß wie ich, Marc. Weiß ich nicht, ob es das ist. Ähm, es ist halt ein riesiger dunkler Kasten mitten im Bild. Ja, das ist halt scheiße. Aber wenn ich das jetzt wieder an meinen, ähm, an den Stativ hänge, dann würde das ja wieder so sein. Ist ja auch blöd, oder nicht? Ich bin echt unsicher, was das Ganze angeht. Ähm, muss man nicht ganz aufdrehen. Von daher schon besser. Ja. Naja, der Ton ist dann schon... Natürlich ist der Ton besser, wenn ich das so mache. Natürlich. Aber es sieht halt auch so aus, ne? Ich weiß nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe ja noch diese ganzen Stative da, so. Daran soll es jetzt nicht liegen. Ähm, schaut auf jeden Fall besser aus, als wenn das Ding hier so steht. Ja, das stimmt schon. Aber, komm, wenn ich das hier instelle, dann sieht das ja auch dumm aus. Das ist ja auch richtig scheiße. Hm. Ich bin echt unschlüssig, was mein Mikrofon angeht. Ich glaube, ich hänge es wieder an so eine komische Halterung. Es geht, glaube ich, nicht anders. Dann habe ich die zufällig hier noch rum. Tada! Mikrofonarm ist da! Also, das wäre jetzt der Mikrofonarm, den ich vorher hatte. Hm. Warum machst du kein Mikro an die Kopfhörer? Ja, genau. Das Mikrofon an den Kopfhörern klingt richtig scheiße. Ein Luxusproblem. Ja, das stimmt schon. Aber ist halt auch Perfektionisten-Problem. Ja, also, wenn ich das jetzt hier wieder dran baue. Ach, das ist doch auch irgendwie scheiße, oder? Komm, wenn ich das jetzt hier wieder habe. So ist gut, oder? So geht's, glaube ich. Und dann würde das wieder hier hängen. Das wäre mir auch irgendwie ein bisschen zu nah. Wenn ich jetzt hier rüber gehen würde. Hm. Geht eigentlich, ne? Da habe ich es direkt in der Fresse. Hm. So muss es ja eigentlich auch sein. Als Streamer. So hat sich das ja der Gott-Streamer Gronkh irgendwann mal gedacht. Oder nicht? Ich kann es ja mal ausprobieren. Wie kriege ich jetzt mein Dings da wieder drauf? Okay, Moment mal. Das wird jetzt Tontisch nicht natürlich komplette Katastrophe. Ich mache mal Musik an. So. Das wird sich bestimmt richtig... Okay, warte mal. Ich mache mal meinen Ton gleich. Ich mache mir zum Beispiel ein bisschen wiebirzy dieina. Das wird dann auch adapts los. Okay, naja. Okay, NRW. Okay, jetzt lass mich mal auf die Beach. Okay,��� edst du dir mentors. Dann geht's mir mal die partnership. было wie du kannst an den Das einer Jahren entfernt. Die Abstage vonốn守 trosprache notes. Bis gleich hierher Aut защitet. So, könnte man mitarbeiten, oder? Aber dann ist das auch direkt immer, meine Worte. Ich muss das mal ein Stück rüber setzen noch. Das ist noch nicht so ganz gut. Oder vielleicht so. Wollen wir es so machen? Mike, nach oben wäre besser, dass der Arm unten lang geht. Hä? Nach oben wäre besser. Nein, aber so habe ich es doch jetzt gerade. Guck mal, ich habe es jetzt so, dass das Mikrofon unter mir hängt. Oder? So ist doch okay. Warum was ändern, was perfekt war? Eben nicht. Ich habe mir nämlich mein Livestream an meinem Fernseher drüben, Dolby Surround Anlage angehört. Und das war nicht schön. Das klingt einfach, das klingt einfach weit weg. Und das war es ja auch. So ist gut. Okay, also wenn ich das jetzt hier machen würde und würde dann hier mal hier hingehen und, ah, guck mal hier, wer hat Tickets gekauft für Unlimited? Ah, ja, hier, zack. So ist gut, oder was? So ist schick. Dolby Atmos oder gar nichts. Ja, so müsste es eigentlich sein. Okay. Okay, dann lasse ich das jetzt hier erstmal so. Okay. Warte mal, ich lege ja hier immer meine Füße drauf. So. So wäre es auch gut, oder? Und dann mache ich hier manchmal so. Dann habe ich das direkt zwischen meinen Beinen. Das kenne ich. Das ist mir, ne? Gar kein Sub mehr. Alter, Angobur. Du Frechdachs. Was soll denn das? Ähm. Ja, ich würde sagen, wir probieren das erstmal so aus, oder? Ich bin noch nicht so begeistert. Oder warte mal, wenn ich das jetzt hier rüberschiebe. So vielleicht? Könnte das was sein? Ich weiß es nicht. Müssen wir, glaube ich, mal testen. Schau mal, wenn ich jetzt im Gameplay bin. Wie sieht das aus? Ja, sieht kacke aus. Geht eigentlich, ne? Geht eigentlich voll klar. Ähm. So. Ja, naja. Geht voll. Ich würde auch sagen. Ähm. Dann gehe ich wieder auf den Mikrofonarm. Obwohl der Arm mir immer noch nicht so ganz gefällt. Vielleicht muss ich ja mal einen anständigen holen. Und nicht einen für 5 Euro. Ähm. Ja. Aber so geht das erstmal klar, oder? Ist der Ton denn merklich besser? Für die Kopfhörer, äh, User, Headphone-User, unter euch. Äh. Was hoffentlich bei mir in den Streams niemand ist. Also auf jeden Fall niemand, der jetzt noch reden kann. Oder hören kann. Weil eigentlich müssten alle taub sein. Ähm. Die müssen auf jeden Fall hören, ob das jetzt richtig Hammer ist. Theoretisch könnte ich jetzt sogar diesen, die, die Mikrofonempfindlichkeit noch ein Stück runterschrauben. Ähm. Doch, hab Headset auf. Ton passt. Weil jetzt ist, dann ist es natürlich nicht ganz so schlimm. Aber ich fand halt, mein Ton hat sich nicht wirklich gut angehört. Und, das geht nicht. Freunde. Das können wir nicht machen. Dafür sind wir zu professionell, weißt. Ähm. Ihr müsst zumindest den Quatsch hören, den ich hier jetzt sehe. Ton passt. Wie lange dauert es, bis er dagegen scheppert? Es wird eine Sache von Sekunden sein. Das ist so nah an meiner Flugzone hier. Ich hab hier immer mein Knie in der Nähe, siehste. Das ist wirklich, dein Ton war auch immer ultra leise. Jetzt geht's. Und das ist es dann. Ich kann den Ton hochschrauben wie die Sau. Aber, ähm. Das Problem daran ist halt, dass, äh, je höher ich das mache, desto schlechter wird der Ton halt. Also, das ist halt das Ding. Aber ich glaube so, ich glaube damit kann ich arbeiten. Ich glaube hiermit kann ich arbeiten. Das ist okay. Ich hab schon wieder Knoten in meinem Headset. Wie passiert sowas? Ich dreh doch nicht andauert meinen Kopf. Jetzt muss ich rausfinden, in welche Richtung. Boah. Einfach mal hängen lassen. Das ist das Beste. Mal schön aumeln lassen. So, endlich verstehe ich ihn noch wieder. Was sagst du eigentlich zum Schachmuseum? Was? Nee, hab ich nicht mitbekommen. Was denn für ein Schachmuseum? Was ist denn jetzt wieder los? Nee, ich krieg doch ja auch nichts mit. Sollte euch doch langsam schon bekannt sein. KPNN übrigens 19 Monate Re-Sub. Der gute Silver Nero 25 Monate Re-Sub. Hugo 27 Monate Re-Sub. Blue Thunder Turbo Booster. Zwei Jahre. Geil. A little bit of the Subway. Subhype. Hero Ghost. 38 Monate Re-Sub. Und Senfkopf. Neun Monate am Start. Vielen Dank, Freunde. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Schachmuseum Ströberg hat gebrannt. Und deswegen sind heute Nachmittag 3000 Feuerwehrautos durchgelöst aus. Okay, das hab ich mitbekommen. Krass. Und jetzt bis auf die Grundmauern runter? Oder wie sieht's aus? Vielleicht gibt's ein Schachmuseum. Ja, wir haben ja hier auch in Ströberg. Das ist direkt an Halberstadt dran. Das ist eigentlich Teil von Halberstadt. Da ist ein Schachmuseum. Und da sind auch Schulen, die lernen in der Schule Schach. Das ist ein Fach. Das ist schon echt krass. Ja, hast du. Ähm. Schön. Auf jeden Fall erzähl ich euch gleich noch so, was ich heute den ganzen Tag getrieben habe. Ich war nämlich heute wieder extremst fleißig. Ähm. Aber das können wir auch während des Paketschleppens machen. Bernie! Neun Monate Reserve. Dankeschön. Äh. Okay. Mama ist scheinbar nicht mehr ganz so fit. Ähm. Ich hab nämlich heute All Elite geguckt. NXT geguckt. All Elite Review gemacht. NXT Review gemacht. Ähm. Übrigens hab ich rausgefunden. Äh. Es ist zwar ein bisschen komplizierter. Aber ich hab rausgefunden, was ich machen kann. Ähm. Ähm. Die Videos. Schneller auf Twitch. Online gehen. Also im Moment hab ich ja das Problem, dass, äh. Halt die. Hab ich das gestern schon alles gemacht? Jaja. Genau. Im Moment hab ich ja das Problem, dass meine, äh. Videos. Also gerade so diese, äh. Reviews und so weiter. Auf Twitch viel, viel länger brauchen. Obwohl ich es zeitgleich hochlade. Brauchen die halt ewig. Ehe die auf Twitch verarbeitet werden. Und auf YouTube ist das halt easy peasy da. Und. Das Ganze hab ich jetzt, ähm. Bisschen in den Griff gekriegt. Indem ich die Videos. Jetzt wird's richtig dumm. Ich lade die Videos auf YouTube. Dort werden die verarbeitet. Also hochgeladen. Und verarbeitet. Dann lade ich sie von YouTube wieder runter. Und diese Datei. Die lade ich dann auf Twitch hoch. Und diese ganze umständliche Scheiße. Geht immer noch schneller. Als wenn ich das Video direkt auf Twitch laden würde. Es ist echt traurig. Aber. So ist es auf jeden Fall nicht mehr ganz so schlimm. Dann kommen die Videos vielleicht 20 Minuten später. Auf Twitch als auf YouTube. Ähm. Aber immerhin noch besser als anderthalb Stunden. Also. Das ist halt jetzt gerade so das Ding gewesen. Guck mal. Ich fahr mich gerade, glaub ich. Da muss ich letztendlich hin. Aber ich muss doch vorher noch diese Straße bauen oder nicht. Oh ne. Ich bin vorbei geworden. Ich Idiot. Also. Auf einer. Äh. Wendung hier noch drehen. Auf jeden Fall. Ähm. Ist das. Schon. Äh. Also hab ich das heute mal getestet. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Deswegen hat das schon mal gepasst. Und. Dann hab ich die News gemacht. Die heutige News. Also die mit. Äh. Mit. Rusev soll die WWE verlassen. Laut. Äh. Jake Hager. Diese News. Wäre eigentlich am Montag gekommen. Aber da war ich ja im Urlaub. In Anführungsstrichen. Ähm. So greifen die mich an. Hoppala. Sag ich mal. Könnte der andere auch noch. Ja. Ja der hat Schiss. Besser ist es auch. Ähm. Ja das heißt die. Äh. Die Episode. Äh. Wäre die vom Montag gewesen. Und die. Das Schach als Sportsbezeichnung ist auch echt lustig. Ja das stimmt. Schach ist auch das mit Würfeln. Ja hoffe ich doch. Wieso habe ich denn das gerade abgenommen? Wieso habe ich gerade diese Sachen hier. Von meinem Motorrad genommen. Könnt ihr mir das bitte erklären? Hä? Lade auf Motorrad. Lade auf Motorrad. Warum hat er sich das denn gerade jetzt weggenommen? Ähm. So. Aber All Elite sieht derzeit ganz schön Hate in deinen News. Was heißt das? In den Kommentaren oder was? Was heißt denn das? All Elite sieht Hate in den News. Aber heute war extrem viel All Elite. Aber da kann ich ja nichts machen. Ich denke mir ja die News nicht aus. Von daher. Äh. Kann ich ja einfach mal gar nichts dafür. Straßen erneuern. So hier bitteschön. Da sind die chiralen Kristalle. Die habe ich noch besorgt. Und den Harmos. Old News. Ja, naja. Ging ja nicht anders. Äh. Weil ich ja. Wie gesagt. Das waren ja die News vom Montag. Ähm. Morgen. Kommt eine Newsausgabe. Die eigentlich Mittwoch. Gekommen wäre. Das heißt. Die ist zwei Tage alt. Und am Samstag. Kommt die Newsausgabe. Die Freitag gekommen wäre. Das heißt. Die von Samstag ist ein Tag alt. Schande über mich. Ähm. Und am Montag kommt dann die Newsausgabe. Die am Montag gekommen wäre. Also dann sind wir wieder rechtzeitig. Und wenn das alles cool ist. So. Ein großartiger Frachthelfer. Soweit auf jeden Fall das. Dann wollte ich eigentlich ins Solarium fahren. Und auf halbem Weg ist mir aufgefallen. Dass ich meine Stempelkarte. Ich hab da so eine Karte. Womit ich halt 10 Euro weniger zahle. Ähm. Und die hab ich vergessen. Da war ich natürlich auch schon wieder bedient. Und. Aber gestern als ich gespielt habe. War die Straße noch nicht so lang. Aber dann baut doch hier jeder diese Straße weiter. Oder? Jeder Typ der online dieses Spiel spielt. Baut doch an dieser Straße hier. Weil so weit. Guck mal wie weit die da hinten geht. So weit lief die gestern nicht. So weit war die gestern nicht. Da hat gestern erst gespielt. Ähm. Ja. Deswegen. Äh. Auf jeden Fall. Dann bin ich ins Viertelstudio gegangen. Den hab ich übelst Hardcore-Beine trainiert. Ich mach jetzt gerade Kniebeuge an der Multipresse. Ähm. Um meinen Rücken gerade zu halten. Weil sonst hab ich immer. Sonst hab ich immer meine. Meine. Sam. Du kannst jetzt Verbesserungsanfragen für Konstruktionen einreichen. Das ist schön. Wenn du eine Seriener benutzt. Solltest du auf jeden Fall darüber nachdenken. Hä? Also. Jetzt hab ich ja hier ein Mikrofon fliegendes. Also sonst hab ich meine. Guck mal. Ihr seht ja jetzt da unten in den. Also nicht in der Kamera. Nicht in der Kamera. Sondern in der Kamera. Da. Da müsst ihr jetzt gucken. Unten links. Unten rechts meine ich. Also. Squats. Ja. Sonst hab ich die Squats nämlich immer so gemacht. Ne? Und das ist Kacke. Das ist Kacke. Ja. Jetzt bin ich gerade dabei. Dass ich meinen Rücken auch schön gerade lasse. Und geh dann halt wirklich. Schön. Boah. Meine Beine. Ich hab heute so krass trainiert. Aber geh dann halt schön. So runter. Dass ich den Rücken. Alter. Echt gerade lasse. Und dann halt nach oben und unten gehe. Und da bin ich gerade am justieren. Fein justieren. Und äh. Ich hab heute richtig krass drauf gepackt. Weil es hat echt gut funktioniert. Rücken war immer schön gerade. Immer schön gut. Nicht rumgerollt. Alles schön. Und dann hab ich natürlich mehr Gewicht drauf geballert. Aber richtig krass. Ähm. Das war also teilweise. Das sind immer die Momente. Wo ich dann durchs Fitnessstudio gehe. Und so. Woop. Wo ich gleich zum nächsten Thema komme. Denn vorhin kam jemand ins Fitnessstudio. Der hatte scheinbar ne Prothese oder so. Und der ist einfach mal fast aufs Maul geflogen. Der wollte sich nur mal ein bisschen das Fitnessstudio angucken. Kam aber mit dem Laufen nicht so ganz klar. Und. Fängt auf einmal an zu schwanken. Und hält sich dann noch im letzten Moment an so einem Gerät fest. Aber der wäre fast aufs Maul geflogen. Ähm. Wer war das? Langfinger Joe. Geiler Name. Dank für deinen zwei Monate Re-Sub. Ähm. Auf jeden Fall. Das habe ich heute gemacht. War auf jeden Fall sehr sehr gut. Danach habe ich noch ein bisschen Schultern trainiert. Und dann. Ähm. Da habe ich noch ein Eiweiß getrunken. Und dann. Bin ich nach Hause. Und. Da hat meine Freundin schon mit Gehacktes auf mich gewartet. Und ich meine nicht eingerieben. Sondern einfach. Halt. Gehacktes gekauft. Und. Das ist natürlich sehr lecker. Und deswegen habe ich heute schön. Gehacktes nach dem Sport. Schön Brötchen mit Gehacktes reingefeuert. Ey. Das ist eigentlich eine Ernährung. Die ich brauche. Geld. Langfinger Joe. Haut nochmal 100 Bits raus. Dankeschön. Keine Ahnung warum du mit Bits cheerst. Aber gerne. Immer her damit. Guck mal. Weil jetzt hier die Leute. Online. Schon so eine fette Straße gebaut haben. Alle immer mehr ein Stück drangesetzt haben. Kann ich jetzt hier die nächsten. Kilometer. Ganz lässig. Über die Straße fahren. Richtig geil. Sag mal ein Tipp für innere Brust. Für innere Brust. Butterfly. Butterfly oben, unten. Butterfly. Die ganze Zeit. Das ist das einzige Gute, was du da machen kannst. Eigentlich nur Butterfly. Eigentlich merkt man das selber selbst. Fass mal deine Brust an. Und beweg mal deinen Arm hoch und runter. Und dann weißt du schon, wo der Muskel angespannt ist. Wie muss ich meinen Arm bewegen, damit der Muskel, auf den ich jetzt gerade so fasse, jetzt in der Fall die Brust, wirklich aufgepumpt wird. Also wirklich sich anspannt. Und das ist immer eine geile Lösung. Wenn ich das hier mache, merke ich, meine Brust macht gar nichts. Könnt ihr alle gerne mal nachmachen zu Hause. Also da passiert mit meiner Brust überhaupt nichts. Wenn ich aber das hier mache, dann passiert hier mit meiner Brust was. Und das sind halt so Sachen, damit kann man eigentlich sehr einfach rausfinden, was muss ich denn machen, um Körperteil XY zu trainieren. Einfach mal anfassen und mal ein bisschen bewegen. Und schon findest du das raus. Den hohen und runter Move, den kann ich sehr gut. Den können wir doch alle gut. Nur wenn da eine Straße ist, musst du die ja nicht benutzen, Kappa. Ja, aber ich will die gerne benutzen. Das ist doch eine top Straße. Guckt euch mal diesen Berg an, Alter. Diesen Schneeberg, auf den ich wahrscheinlich auch noch hoch muss, wie ich mich kenne. Einfach mal anfassen und bewegen. Martin 2019, so ist es. Anfassen und hoch und runter bewegen. Und immer schneller am besten. Das ist nämlich das Wichtige. So kommt man vorwärts. Ist das der Hals der Welt? Ich denke doch. Jetzt nach 38 Monaten und weiteren 6 Monaten, welche schon bezahlt sind. Wann kommt der VIP-Rang, Kappa? Red! Also erstmal habe ich deinen Resub gerade gar nicht gesehen. Wird mir auch gerade nicht angezeigt. Aber bist du, ähm, bist du Stufe 3 Mitglied? Bei dem VIP-Rang, den habe ich jetzt eigentlich bei den Stufe 3 Leuten drin, ne? Das ist halt die Frage. Boah, ich bin ja so begeistert, dass die hier so eine fette Straße gebaut haben. Alter, gestern über Stock und Stein. Das war schon echt anstrengend. Aber so ist es natürlich echt geil. Wird NXT bei Survivor Series gewinnen? Nein. Natürlich nicht. Weil Vince natürlich weiterhin beweisen muss, dass NXT nicht die Main Show ist. Nur die Nachwuchs-Show, bla bla bla. Ja, und deswegen gehe ich nicht davon aus, dass NXT bei Survivor Series gewinnen wird. Sondern es wird die Show gewinnen, die schon immer bei Survivor Series gewonnen hat. Und zwar Raw. Ihr müsst euch mal die letzten Survivor Series angucken. Das ist lächerlich. Absolut lächerlich gewesen. Raw hat immer gewonnen. Letztes Jahr war unterirdisch. SmackDown hatte immer die besseren Teams am Start. Und Raw hat trotzdem alles abgesagt. Ich glaube, die haben nur ein Match. Ich glaube, irgendwie so war das letztes Jahr. Die haben, glaube ich, nur ein Match verloren. Und das war in einer Kick-Off-Show, irgendein Frauenmatch oder sowas. Und zählte ja offiziell auch nicht rein. Ich erinnere mich. Dann hieß es nämlich irgendwie doch nachträglich, dass es doch nicht zählt oder so. Das war ganz komisch. Alter. Moment mal. Bin ich auf den richtigen Fahrrad? Ja. Fühlt sich falsch an. Ist aber richtig. Wie es war am Dienstag? Achso. Aber bis zu Stufe, äh, 3 Sub? Ich glaube, oder? Ich jump jetzt hier runter. Das war jetzt nicht so berauschend. Oh, Verteilerzentrum. Da müssen wir hin! Oh, shit! Alter! Oh, oh. Alter, ich habe alles verloren. Alles! Alles ist hingefallen. Das war natürlich jetzt richtige Scheiße. Oh, oh. Gar nicht klug. Warum mache ich denn so einen Mist schon wieder? Das Baby ist schon wieder komplett am Eskalieren. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt hat er wieder die Scheiße da weggenommen. Baut er es da dran? So, warte mal. Wie kann ich jetzt das Baby beruhigen? Ach, warte. Da liegt noch was. Auf den Rücken damit. South Central 153. Haut eine Mitgliedschaft auf YouTube raus. Geile Sound. Dankeschön. Aber funktioniert die Karre noch? Ja, na ja. Geht noch fit. Kann man noch nehmen. Kein Problem. Fahrzeuge verfügen um Halbbarkeit. Also die Halbbarkeit wieder herrschen, die man in einer Garage abstellt. Aha. Na, da bin ich doch jetzt hier zum Glück. So. Oh, no. So. Ähm, wie bei der, ey. Jetzt ist ein Moppet kaputt. Aber ich kann mir jedes Mal ein neues respawnen lassen. Also kein Problem. Guck mal, MB haut auch nochmal in 16 Monaten. Rieser raus. Von oben fliegt die Erde einen helptischen Kreis. Ist so. Ist einfach so. Ähm. So. Martin, jetzt ein Hall of Famer. Das kann nicht dein verfickter Ernst sein. Das prüfe ich jetzt. Das hast du gerade nicht gemacht. Moment. Kanalmitgliedschaften. Na, fass mir doch an die Eichel. Alter. South Central hat gerade echt eine Hall of Fame-Mitgliedschaft auf YouTube abgeschlossen. Das ist die für 50 Euro. Alter, wie fucking geil bist du denn? Ja, guten Abend, Alter. Er hat einfach mal seinen Wort und Taten folgen lassen. Das finde ich ja richtig gut. Alter, vielen, vielen Dank. Du bist ja völlig krank. Alter. 50 Euro Donation. Also 50 Euro Mitgliedschaft. Alter, das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ich hätte nicht gedacht, dass es irgendwer macht. Aber das ist richtig krass. Also wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann eine Hall of Famer Mitgliedschaft. Weil das ist richtig krank. So, als Hall of Famer kriegt man ein privates Sextape von Martin. Klar, kein Problem. So sieht das denn aus. Ne? Ich weiß immer gar nicht, warum so viele Leute immer das hier als masturbieren sehen. Ich mache immer so. Keine Ahnung, was da los ist. Aber, warte mal, irgendwas stört mich hier gerade. Ist irgendein Kabel, was ich nicht sein soll. So. Die kleinste Violine der Welt. Oder ich, wie ich masturbiere. Ja, das ist, ey. Jeder hat seine Sachen. Aber ey, South Central, wirklich, du bist ein geiler Typ. Ich danke dir vielmals. Das ist wirklich richtig nice. Ich kann es aber auch nicht glauben. Ja, ist so. Weil das ist wirklich richtig krass. 50 Euro Mitgliedschaft ist richtig krass. Äh. Azialori. Danke für dein 11 Monate Reset. Alter, ey. Der ist doch krank. So, jetzt liefere ich auch mal hier den ganzen Scheiß ab. Endlich kann ich den Mist hier loswerden. 1000 Kilo. Du hast deinen Tag gerettet. Auf jeden Fall. Ey, guck mal. Es gibt noch keinen Donater des Tages. Ist mir egal. Mir ist heute alles egal. Ey. Krank. Ist Masturbieren nicht bei der Frau? Hä? Masturbieren nicht bei der Frau? Ich kenne mich mit Frauen gar nicht aus. Da kann ich dir jetzt allerdings nicht helfen. Frauen sind doch die mit dem Rüssel, oder? Das... War das... War das nicht so? Ach, keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Masturbieren nicht, die kochen. Nox? Darf ich nicht sagen, aber den kriegst du. Wo müssen ja die Brötchen herkommen. Mit Gaktis. Aber das ist echt geil. Vor allen Dingen, was mir mal aufgefallen ist, die Mitglieder auf YouTube nehmen schon wieder ab. Also, ich habe jetzt die ganze Zeit 223 Mitglieder auf YouTube. Aber schon seit einem Monat oder so. Da ist schon seit einem Monat nichts passiert. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ja. Boah, geil. Ich habe neue Stiefel. Cool. Bei Mann heißt das doch Oranieren, soweit ich weiß. Moment mal, du meinst das gerade ernst? Also, du meinst, bei Männern heißt das Oranieren und bei Frauen heißt das Masturbieren? Aber Masturbieren ist der generelle Begriff für Selbstbefriedigung. Ich glaube schon. Nein, Masturbieren ist der generelle Begriff. Und ich muss es wissen. Das sehen wir von der 2 Monate Rieser ab. Wollte es schon letzte Woche machen, aber kam nicht dazu besser als nie. Alter, vielen Dank. Das ist wirklich geil. Am besten, ich mache mir die Chatterbait-Sounds als Kanalmonetarisierung. Je höher die Kanal-Alert ist, desto krasser ist das. Das sind ja Näh-Missionen, die ich nicht machen muss. Ist ja auch schön. Okay, wir probieren das mal. Jetzt kommt es, Alter. Ja, er hat Beine. Und er läuft los. Hau rein, Digga. Cool. Und die liefern jetzt für mich irgendeinen Scheiß aus. Das finde ich lustig. Frag Dr. Google. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich kenne mich da nur aus. Momentan gibt es nur eines, aber wenn der Tatsache, die Jürgen Würgen, auch gut. Fünf gegen Willi. Ich sage, oder, äh, den Aal schütteln, bis er kotzt. Finde ich auch gut. ... ... ... ... ... ... ... Berserkerbeest, wo ist denn dein Sub hin? Was ist denn da los? Also das war jetzt passendes Timing. Aber das war kein Re-Sub, sondern Lolldelsor hat Berserkerbeest ein Sub geschenkt. Hä? Timing ist da, muss ich sagen. Geil, Alter, dankeschön. Krass. Berserkerbeest, schon seit 15 Monaten hast du jemals das selbst gekauft? Doch, eigentlich schon, oder? Ach ja. Timing ist alles. Aber der hat das schon vorher gemacht. Bevor ich das gesagt habe. Oh, wir sind wieder an unserem Strand. Nackt, wie es sich natürlich für einen anständigen Mann gehört. Oh. Guck nicht auf die Hände, wenn du alterst. Auf den Sack musst du gucken. Aber echt gute Themen hier im Chat, weil er denkt er immer. Nein, nicht ein einziges Mal. Krass. Berserkerbeest, der schnurrt sich seit 15 Monaten hier die Subs durch, Alter. Das muss man sich mal überlegen. Aber krass, da sehen wir mal, was es bringt, wenn man hier einfach mal aktiv ist im Chat. Oh, da ist eine Alte, die duscht in meiner Dusche. Oh, geil. Ganz ehrlich, wenn in meinem Raum, ja, eine alte Innerdusche steht, dann stelle ich mich dazu und gaffe. Das gehört sich ja wohl so. Die ist ja nicht aus Spaß in meiner Dusche. Das ist ja nicht aus Versehen gerade passiert. Von daher, die wollte. Kein Problem. Hätte ich auch anpissen können, du musst auch. Also von daher, da muss der... Also das gehört sich doch. Das ist ja... Das gehört sich einfach so. Ja, sonst habe ich nicht die Zeit zum Lesen hier. Zocke meistens hin bei... Achso. Tja, da bist du selbst schon... Sie ist bloß eins von Hicks hirnlosen Opfern. Sie ist eine echte Heldin, diese Frau. Sag, Sam. Was bedeutet Amerika? Amerika, du bist so wunderbar. Ich war so tief in die Tränen, als ich unten war. Sondern wir etwas Besonderes. Der Lein, der alles zusammenhält. Mehr als eine Nation. Ein Symbol der Freiheit und Hoffnung. Wir können das wiederhaben, wenn wir weiter ausliefern und die Menschen verbinden. Was glaubte er? Ich war fertig nach seinem Tod. Da trat Hicks auf den Plan. Ich hoffe, wir sehen Hicks nochmal. Ich habe da nämlich einen Gag vorbereitet. Oder ich habe da einen Gag. Bei Fragile Witze nicht klappen. Timefall und so. Ach ja, stimmt. Meinst du, die hängen eigentlich nicht da, wo sie jetzt gerade sind? Die Schweine haben unser System geköpert. Toll! Toll! Es wäre alles nicht passiert, wenn ich nicht so blind gewesen wäre. Ich ließ nichts unversucht, um zu verhindern, dass South North City zerstört wird. Ich wollte die Bombe aus der Stadt schaffen. Doch Higgs war mir einen Schritt voraus. Er hat mich sehr hart bestraft. Oh ja. Manche Wunden, die verheilen nie. Was mir noch an Zeit bleibt, das hat sich der Regen geholt. Alles ist wahr, außer die Lügen natürlich. Das ist eine kluge Aussage. Aber ich werde Higgs und ein paar Terroristen nicht das Vermächtnis meines Vaters in den Dreck ziehen lassen. Darum bin ich zu dir gekommen. Am Arsch vertraue ich dir. Steig nochmal in die Dusche, dann können wir darüber reden. Dann scheißrufe ich. Ich habe fünf Subs bei Streamern, obwohl ich nur Zuschauer... Ja, aber das reicht ja schon. Ich habe neulich einen Sub bekommen, wo ich einen Monat vorher oder so mal bei einem Raid dabei war. Auch nicht schlecht. Ja, aber nicht jeher schon. Das ist gut. Inge 80 beim Arzt. Herr Doktor, wo ist eigentlich das Herz? Arzt 2 cm unter der Brustwarze. Nächster Tag. Frau schießt sich in die Kniescheine. Haha. Das ist gar nicht lustig. Das bittere Ernst. Den wir uns alle auseinandersetzen müssen. Wenn wir unter Omis knallen. Wow. Ähm. Tier 3 Submarin. Gibt es sowas? Und wenn ja, wo kenne ich mir die ganze Twitch noch nicht aus? Ja, sowas gibt's. Äh. Du musst einfach oben auf Verschenke ein Abo klicken. Und da kannst du dein eigenes Abo erstmal auf Stufe 3 erhöhen. Und dann kannst du... Also halt auf Verschenke eins haben. Ist halt dumm, dass es da ist. Widi grüßt dich. Und wir vielleicht sagen, warum du diese seltsamen Episoden erlebst. Okay. Ich bleib am Ball. Tu du das auch. Bip, bip, bip. Sam. Scheiß mach ich. Ich hab ja immer noch so viel zum rumschleppen. Wieso hab ich denn immer noch so viel? Ich nehm jetzt keine Aufträge an. Okay. Alles in deinen Handschellen-Protokoll. Teil. Und mittels des chiralen Netzwerks konnten wir Middle North Cities Regional Archive wiederherstellen. Die Daten stützen ihre Geschichte. Du musst mir nicht sagen, was war es und was nicht. Ich konnte so ihre Stimme hören. Der Mistkerl hat sich verarscht. Dann spricht hoffentlich nichts gegen eine Zusammenarbeit. Gute Nachrichten. Der von dir gesamte Boss hat sein Ziel erreicht. Cool. Übrigens Update WWE 2K20 Fehlanzeige, oder? Es gab immer noch kein Update. Und noch Dem Terminal wurde ein neuer Liefertyp hinzugefügt. Deine harte Arbeit bleibt nicht unbemerkt. Deshalb denkt man darüber nach, künftig einen Premium-Dienst anzubieten. Wieso sich freiwillig zusätzliche Beschränkungen aufhalten? Natürlich nicht, nö. Wenn du es schaffst, verbessert das deinen Ruf weiter. Wenn dich also jemand bittet, innerhalb eines Zeitlimits zu liefern, könntest du ein noch niedrigeres Limit anbieten und dir bei Erfolg eine bessere Wertung anbieten. Einfach 500 Euro reisen, dann kriegst du das bei Twitch automatisch. Ah ja. Bei dem Spiel ist so viel im Argen, das wird wohl nach 50 Updates noch nicht vernünftig laufen. Das einzige, was ich brauche, ist, dass ich Community Creations runterladen kann. Dann ist mir doch alles egal. Wenn das funktioniert, dann spiele ich auch 2K20. Aber solange das nicht geht, bringt es mir nichts. Ich kann nicht mit Chris Jericho spielen, mit Cody, mit Jon Moxley. Geht alles nicht. Die gibt es zwar online, die sehen hammer aus, CM Punk und so weiter, aber ich kann sie nicht runterladen, weil da halt ein Bug ist. Und dieser Bug muss nur weg, der Rest ist mir doch scheißegal. So, warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, ich habe noch, habe ich noch eine Mission offen? Ich will die eigentlich erstmal abgeben, bevor ich jetzt schon wieder die nächste mache. Aber wir können ja hier die Bots erstmal alle wieder losschicken. Kann ich nur ein Bot loslegen lassen? Ja, scheiße. Na gut, von mir aus. Der soll ja ruhig sein Ding machen. Machst du heute auch wieder länger? Ja, dann kann man schon. Wir müssen ja in dem Spiel irgendwie durchkommen. Kannst du diese Woche Sonntag mal wieder MGTV und das bei 19, weil es ist schon länger her. Da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Mich ärgert es richtig, dass ich 19 spielen muss. Also, ich würde es ungern machen, weil ich... Guck mal, hier sind doch noch so viele Metalle. Wo habe ich denn die her? Und wo müssen die hin? Aufträge. Ha! Siehste? Muss ich wieder zurück, oder was? Mach keinen Scheiß. Ich muss... Ich muss wieder zurück. Ich bin aus Versehen... ...in einer anderen Mission. Oh, scheiße. Okay, dann mache ich jetzt das erstmal. Okay, äh... Fahrzeug benutzen. Dann fahre ich jetzt den Scheiß erstmal hin und dann mache ich meine nächste Mission. Ich habe jetzt keinen Bock, mich schon wieder zu überladen. Und dann kann ich mir doch nichts machen. So, wo muss ich hin? Gib mir mal eine Richtung. Nee. Hä? Hä? Wo ist denn der andere Typ? Äh... Hä? Ist das hier? Nee. Da muss ich hin. Aber wieso wird mir das nicht angezeigt? Wieso wird mir das nicht als normales Ziel angezeigt? Das finde ich jetzt sehr... Sehr komisch. Noch mal. Mit... Materiallieferung und Metalle. Ach so, nee, warte mal. Das ist die... Ah, warte mal. Das ist die... Äh... Mission, die gerade mein Bot macht. Jetzt verstehe ich. Okay. War ein Youngback, ja. Aber, warum habe ich trotzdem so viele Metalle? Die brauche ich doch eigentlich alle gar nicht. Guck mal an, wie viele ich mit mir rumschleppe. Wo habe ich die denn her? Was mache ich mit der Scheiße? Steig mal kurz ab. Warte mal, habe ich noch so ein Reparaturspray? Ja, habe ich. So, jetzt mache ich folgendes. Jetzt richte ich das nach hinten. Und sprühe das auf die Sachen. Vollständig wiederhergestellt. Aha. Gut, jetzt habe ich schon mal herausgefunden, wie diese Dinger funktionieren. So, jetzt gehe ich da wieder rein. Und gebe jetzt die ganzen Metalle ab. Das sind die unausgestellten Autogrammkarten von dir. Ey, da sind wir relativ gut gerade. Wie viele... Ununterschrieben, ne? Äh, wie viele sind denn noch offen? Cat. Ich brauche neue, ja, weiß ich. So, warte mal, jetzt... Recyceln wir die ganze Scheiße. Hier, die ganzen Müll, das kommt alles weg jetzt, ja. Pass auf. Recyceln. 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 Zack, zack, zack. Die ganzen Dreck. Alles auf dem Müll mit der ganzen Scheiße. So. Drei, Kappa. Ja, ja. Gar keine Zuschauer. Viel groß wie keine Zuschauer. 90 sind offen. Sind wieder angestiegen. Aber 90 geht doch... 90 ist doch möglich. Was ist denn heute für ein Tag, Freitag? Ich weiß nicht, ob die Sonntag bei Training sind, weil wie gesagt, meine Freundin hat Geburtstag. Ähm. Aber die... Ja, das mache ich auf jeden Fall die Zeit. Das ist jetzt nicht so viel. Ich glaube, dass Martin mit der Umkarte nicht hinterherkommt, weil so viele eins wollen. Naja, nee. Ist... Na, das... Ja, ich mache das schon. Ich gucke da auch nicht jedes Mal nach, aber... Schuhe anziehen. So. Erstmal die neuen Schuhe an. Nicht mitgefühlt. Botenstiefel. Sieht ich jetzt besser oder schlechter? Kann Stiefelklammer befestigen. So. Okay. Hammer. Aufbrechen. Easy. Vielen Dank für deinen Beitrag. Aber... Aber... Also eigentlich habe ich gedacht, dass ich immer, wenn ich halt zum Training fahre, dann gebe ich halt Kat ein paar mehr und dann kann die halt die über die nächsten Tage dann wieder ein paar verschicken. Autogrammkarte... Ich lasse mir ein Autogramm bei einem Mittelt auf die rechte Arschbacke geben. Gerne. Ich habe schon mal... Also Autogramme hatte ich schon mal Dekolleté, so. Also halt, ne? Kannst du... Kannst du hier unterschreiben, so? Ich doch... Ich doch... Da bin ich doch Kumpel, Freunde. Da bin ich doch Kumpel. Nein, doch gerne. Ähm... Und was ich auch schon hatte, war auf einem Handy. Also auf der Handyhülle von einem Handy. So, das fand ich schon... Da habe ich zweimal gefragt. Wirklich? Aufs Handy? Ja, ja. Mach einfach. Okay. Aber ansonsten... Wurde ich noch verschont von eigenartigen Autogramm-Jägern. So, scheiße. Da muss ich hin. Oh, jetzt wird's frostig, Freunde. Jetzt kommt Frosty, der Clown, ey. Jetzt geht's richtig ab. Aber wie komme ich da am besten hin? Ich kann doch hier nicht schon wieder querfett einfahren. Hm. Das ist jetzt natürlich blöd. Wenn ich da mit meinem Moped nicht hinkomme. Naja, was heißt, ich komme da nicht hin? Also, ich sag mal so... Man kommt da schon hin. Nur wie halt, ne? Komm, git, git. Du schaffst das. Brumm, 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 brumm. Easy peasy. Äh, ich hab mir überlegt, an Limited Wrestling auf die Stirn tätowieren zu lassen. Ah, ja. Ich kann dir nur sagen, lass es lieber. Guck dir mal an, wie schön dieses Motorrad da hochklettert. Also, da kenn ich nix. Aber scheiße ist es schon ein bisschen, ne? Oh, ne. Jetzt regnet's auch noch. Oh, scheiße. Wie viel Blutdinger hab ich, ne? Ich glaube, es ist doch besser, zu Fuß zu gehen. Ich glaube, mit dem Ding komm ich nicht weit. Oh, ne. Jetzt kommen sowieso hier die komischen... Naja, gut. Ich laufe. So. Dann können wir gleich erstmal hier die Blutdinger in die Hand nehmen. Wenn hier eh schon gleich... ...die Jungs wiederkommen. Könnt's mir auch mal in Loris ein Autogramm geben. Aber so klein kann ich doch nicht schreiben. Handy gibt's ja alle zwei Wochen Neues. Eigentlich müsste ich mir mal bald wieder Neues holen. Weil ich hab das S9. Samsung Galaxy S9. Und ich hab immer gedacht... ...dass ich das jetzt schon seit zwei Jahren habe. Aber wenn jetzt erst das S10 raus ist... ...dann kann ich doch das S9 nicht schon zwei Jahre haben. Oder? Ich bin verwirrt. Okay. Okay, erst mal zwei S10 erledigt. Hä? Okay, da kommt irgendwie noch einer. Hä? Ich seh den ja auch nicht. Ach, ich geh einfach scheiß drauf. Das wird schon passen. Einfach weggehen. Weggehen ist das neue Kämpfen. Ja, das war eh nicht da. Okay, irgendwie muss ich da hoch. Ich hoffe mal, dass ich eine Leiter am Start habe. Äh, aber wie ich mich kenne... ...hab ich natürlich wieder keine Leiter dabei. Oh, ich hab auch nicht so viele Blutgranaten am Start. Oh shit, ich hab ja gar nix da. Oh scheiße, ich bin hier wieder völlig unvorbereitet losgerannt. Scheiße. Okay, ich glaube, ich habe richtige Probleme. Das kann jetzt richtig böse werden. Scheiße, ich komm da nicht hoch. Fuck. Ich muss irgendwie hier hoch. Wie komm ich da hoch? Scheiße. Gibt's irgendwo eine Leiter? Okay, hier ist eine Leiter. Hinter mir noch ein Stück. Oh, hoppala. Habe ich gerade was verloren? Oh scheiße. Oh, baby. Hör auf zu holen. Da ist auf jeden Fall eine Leiter. So. Möchte allerdings noch eine Leiter. Ist hier noch eine? Irgendwo? Ich muss noch höher. Scheiße. Guck mal, hier kann ich einfach hochgehen. Wie ein Pferd in Skyrim kommt jeden Berg hoch. Jo, besser ist es. Aber die Skyrim-Pferde waren wirklich lustig. Aber es geht. Er ist gut dabei. Ich bin auch überhaupt nicht vorbereitet, ey. 600 Meter. Na, hoffen wir mal das Beste. Mein nächstes wird ein Huawei, okay. Na, iPhone bin ich ja komplett raus. iPhone 11 Pro für 1.600. Ja, ja. Wer da nicht zugeschlägt, wie bei Frauen ist selber schuld. Ne, also beim besten Willen nicht. Stellt die Geräte eigentlich im Februar. Holen kann man erst in dem März. Aber den habe ich doch noch gar nicht. Ich dachte halt immer, ich habe das S9 schon zwei Jahre. Also November. Und halt, dass ich im zweiten Jahr bin. Aber ich habe das doch dann erst ein Jahr, oder nicht? Keine Ahnung. Und dann erst, dann ist, dann ist S9, dann zwei Jahre. Also im März wären es denn zwei Jahre. Ich dachte aber jetzt schon, dass ich zwei Jahre bin. Rauchzeichen, aber nie Feuer dabei. Ich dachte, das ist immer scheiße. S9 kam März, April 2018. Na gut, dann kann ich es noch nicht zwei Jahre haben. Könnte man sagen. So. Nächstes Jahr kommen schon die Next-Gen-Konsolen raus. Ja, das wird eine Scheiße. Das wird richtig teuer. Das wird eine richtig teure Scheiße. Noch längst nicht da. Was ist denn das hier? Schutzhülle. Okay. Was kann ich hier machen? Konstruktion abbauen. Okay. Schutzhütte. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ja, dann mach mal hier rein, die Hütte. Mach mal an hier. Oder ist das hier schon das meiste Schutz? Ach, keine Ahnung. Ich geh einfach weiter. Kack auf deinen Schutz. Oh, ich ertrink ja Hilfe. Oder auch nicht. Ja, aber nächstes Jahr wird echt teuer, ey. Fände es cool, wenn es in dem Game noch ein paar Rätsel, wie es in eine Zelda gäbe. Ja, das wäre schon cool, ne? Aber vielleicht gibt es das, nur die Map ist zu groß, um das hier irgendwie auszufinden. Außerdem ist ja auch irgendwie so ein bisschen das ganze Spiel das Rätsel. Kumpel hat eine 2080 Ti und bei Red Dead teilweise keine 60 FPS. Schön. Das hat sich gelohnt. Aufzurüsten. Jetzt haben sie den Tag hier bei uns. Ihr habt, äh, in Magdeburg, das ist 50 Kilometer von uns weg, haben die, äh, Cops, ne, Wohnung, Hops genommen. Ähm, und haben... Stinger-Argeten gefunden. Da hat einfach mal einer ne Panzerfaust zu Hause gehabt. Ne verfickte Panzerfaust. Was ist denn mit den Leuten los? Also richtig krank. Weißt du? Wir haben schon Angst, weil wir uns ein Replika von dem kleinen Schwert aus Assassin's Creed geholt haben. Da haben wir schon Angst, dass die gleich SEK durchs Fenster springt. Und der hat eine fucking Panzerfaust zu Hause gehabt. Also... Juhu, Martin, streamt. Ja, besser ist das. Und noch eine Grasplantage im Keller gefunden. Weiß ich nicht. Aber das ist doch... Leute sammeln halt alles mögliche. Ja, aber wenn sie den hochgenommen haben, glaube ich nicht nur, dass der... Äh, dass er aus Sammelgründen gemacht hat. Da war vielleicht ein bisschen, äh, mehr dahinter. Sehr intelligent, Kappa. Ah, ja. Komm ich hier hoch? Jo, komm ich. Wir haben die Wetterstation erreicht. Guck mal, wie schön das aussieht hier. Guck mal, wie geil das aussieht. Hammer. Schönen Tag. So, jo, alles gut. Appli-Form. Wurde bestimmt Gold suchen über Uncharted, deswegen wollte er sich nur bewaffnen. Ja. Harter Tobak-Emote. Aber wie soll das denn... Er schickt mir einen Vorschlag, wie das harter Tobak-Emote aussehen soll. Ich mach das. Aber wie soll das aussehen? Ich weiß nicht mehr, was das ist, was ich da immer sage. Vielleicht ein bisschen MW zocken. Ich hätte eigentlich auch Bock, aber... Ich will, dass ich das Spiel durchkomme. Spezielle Regierungen gehören jetzt in den Zugriffen. Wir haben eine Menge an Materialien über die Wetterstation gegründet. Klick, 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 klick. Sobald du uns mit dem Netzwerk verbindest, können wir unsere Messungen mit allen teilen. Wärst du bitte so frei? Klar. Wie soll ich dir das schicken? Über Discord am besten. Alle Vorschläge über Discord. So, weiter geht's. Guck mal, Hälfte des Spielzeugs durchhört nicht. Oh, Stufe 2. Lastenschweber. Geil. Gut, hab ich... Wie, du hast schon eins verlieber gemacht? Deshalb ist es schwierig, das chirale Niveau zu messen und Zeitregen vorherzusagen. Aber dank dir funktioniert diese Wetterstation jetzt wie vorgesehen. Du hast uns die Arbeit erleichtert. Dafür revanchieren wir uns. Wir lassen dich nicht hängen. Versprochen. Mach's gut. Du hast die Wetterstation wieder ans Netz gebracht. Aufgezeichnete Arbeitsfam. Wenn eine Region ins chirale Netzwerk integriert wird, kommt sie mit dem Kampf in Gewitterhinsicht auch näher. Das hat starke Auswirkungen auf die Chiralium-Werte. Ich kenne, dass man wild so gerne was anderes zocken will. Aber wild so schnell wie möglich durchs Game katastrophal sowas. Das sind First World Problems aber auch komplett. Oh, und dank seines letzten Erfolges kannst du dir ab sofort über deine Handfällen den Wetterbericht ansehen. Cool. Öffne die Karte, dann siehst du es. Das sollte dir bei der Routenplanung gelegen kommen. Ich behalte die chirale Dichte hier von meinem Labor aus dem Auge. Nicht allzu weit von Phasma City entfernt. Wenn du weiter diese Aufträge abarbeitest, ist diese Region schon bald online. Viel Glück, Sam. Danke. Gute Arbeit, Sam. Ein weiterer Ort ist am Netz. Weiter so, dann sind wir ganz schnell fertig. Alle Nutzer des chiralen Netzwerks kriegen jetzt die Vorhersagen der Wetterstation. Du natürlich auch. Du kannst sie über deine Handschellen abrufen. Das könnte bei der Routenplanung hilfreich sein. Gute Arbeit. Neuer Auftragsverfieger. Beide Informationen erhältst du an einem Lieferteur. Na gut. Neue Sachen sind da. Ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal neue Blutgranaten hier. Da muss erstmal wieder was kommen. So, hier habe ich zwei neue Missionen. Geil. Nehmen wir natürlich beide an, ist klar. So, hier habe ich zwei neue Missionen. Okay. So bekommen du und deine Fracht nichts ab, bis das Wetter besser wird. Okay. Verstehe. Glückwunsch, Sam. Dein TCK wurde sozusagen verbessert. Ab sofort kann er komplexere Konstruktionen bauen. Cool. Mama wird dir die Einzelheiten erklären. Ja, ist mir scheißegal. Ich mache das schon. Ah, einen privaten Raum kann ich hier bauen. Auch schön. Oh fuck. Ein Lastenschweber erinnert an eine Zugkarre. Chirale Kristalle lassen ihn in der Luft schweben, weshalb ihm unwegsames Gelände nichts ausmacht. Du kannst einen mit Fracht beladen und mit minimalem Aufwand zu deinem Ziel ziehen. Cool. Wenn dir einer nicht reicht, kannst du einen zweiten Lastenschweber dahinter hängen. Cool. Beachte nur, dass Schweber für den Betrieb stetig chirale Kristalle benötigen. Du musst genug mitführen, um dein Ziel erreichen zu können. Das wäre richtig scheiße, wenn die einfach irgendwann stehen bleiben. Okay, bestätigen. Weizensaat. Noch mehr, noch mehr, noch mehr. TK Stufe 2. Spezielle Lieferung. Oh, das wird aber ganz schön enge hier. Alles drauf auf den Rücken. Okay, ich sehe schon, ich habe schon wieder viel zu viele Sachen, die ich mitschleppen muss. Oh, nee, ey. So. Okay. Kann ich den nicht erstmal aktivieren? Den Lastenschweberheber-heberdings? Heber-Schweber. Warte mal, wenn ich hier in Stufe 2 Dinge habe. Ich würde gerade sagen, dann kann ich auch alle anderen Stufen killen. So. Die Stiefel sind eh scheiße. Grin, den spinnt. Blutgranate ist gut. Das müssen wir irgendwo anders hinpacken. Und. Das müssen wir auch alles mitnehmen. Okay, wie? Ja, aufbrechen. Wie mache ich jetzt diesen komischen Schweber an? Alter, der hat jetzt 230 Kilo an seinem Rücken. Und hier stehen nur Sachen rum. So, wie mache ich das? Hier irgendwas? Da. Oh, fuck. Sam, du benötigst mehr Chirale-Kristalle. Los, fang an zu suchen. Wenn du die nötige Menge beisammen hast, stelle die Schutzhütte am Bauplatz fertig. Nee, 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 nee. Warte, die kaufe ich mir einfach. So, warte. Also, ich brauche diese komischen Chirale-Kristalle. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich dafür brauche. Verfügbar 80. Nehmen wir mal 80 mit. Jo. Der muss viel tragen, aber richtig, ey. Ich habe nur Pokémon-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt-Glatt. Ja, also Pokémon freu ich mich auf jeden Fall auch richtig hart. So, warte mal. Jetzt nochmal Jetzt machen wir hier den Lastenschweber rein. Aber wie kann ich den denn... Wie kann ich den denn... ...aktivieren? Hm. Weil die schleppen ja scheinbar mit. Hm. Wie eine Ahnung, wie ich das mache? Bereitet sich selbst automatisch vor, wenn im Feld eingesetzt. Lastenschweber schweben mithilfe von Giralium. Okay. Bereiten sich selber? Na, wenn ich jetzt also hier dieses Dings verlasse. So, kann ich das Ding jetzt schweißen? Okay, ich hab keine Ahnung. Hä? Ich muss aber den Scheiß wieder mitnehmen. Und was ist, wenn ich die... Kaut auf den Handschellen kannst du dir jetzt den Wetterbericht... Ist mir scheißegal. Kack-Wetterbericht. Leck mich am Arsch. Wie schlepp ich diesen Kack jetzt wieder mit? So, lass den Schweber halten. Den lege ich jetzt mal ab. So. Da liegt er jetzt. Schweber befestigen. Aha! Jetzt kommen wir doch weiter. Oh, fuck. So. Das auf den Rücken... ...geht. So, und das da. Lass den Schweber verbinden. Aber wie packe ich da jetzt was drauf? Äh. Das hier. Ah, warte. Jetzt haben wir auf den Schweberladen. Und das hier auch auf den Schweber drauf. Wie viel kann der denn da tragen? Dann mach ich noch mehr da drauf. So, das hier. Komm auch alles drauf da. Und hier das auch. Der kann ab, der Typ. Klar. Boah. Okay. So, jetzt... Jetzt hat er alles drauf. Jetzt muss ich nur noch... Ah, 300 Kilo kann der. Okay. Jetzt muss ich nur noch... ...mehr Granaten mitnehmen. Und eine Leiter kaufe ich jetzt endlich mal. Ähm... Das brauchen wir noch nicht mehr. Aber ich brauche... Aber ich brauche... Ich brauche auf jeden Fall eine Blutgranate. Und die kann ich... Und die kann ich... ...nicht kaufen. Warum? Weil mir dafür... ...diese komischen Dingspunkte fehlen, oder? Resine und Kristalle. Wieso fehlen mir denn Kristalle? Davon habe ich ja wohl einen hier gekauft, eben, oder? Hm. Hm. Natürlich jetzt unschön. Äh... An den Anzug befestigen. Dann halten ich mal einen Auf- und Rücken von mir aus. So. Jetzt haben wir's. Auf-Spielbar befestigen. Was glaubt ihr, wann der 2K20 Patch kommt? Also ehrlich gesagt glaube ich, dass der morgen kommt. Weil... Alter, das Ding lässt sich aber schwer ziehen. Äh... Weil... Der letzte Patch von 2K19... Äh, von 2K20 kam auch an einem Freitag. Und... Deswegen kann ich mir... Sehr gut vorstellen... Dass der morgen kommt. Und es hieß ja letzte Woche schon, dass er diese Woche kommt. Deswegen... Müsste er eigentlich. Mal gucken, wo ich hin muss. Äh... Okay. Zeitregenfarm. Weizensaat. Okay. Oder was geht da? Machen wir das als erstes. So, wo muss ich hin? Da hin. Alter, der ist richtig schwerfällig, dieser Wagen. Der fährt mir zwar hinterher, aber der... zieht mich wirklich so ein Stück dahin. Das ist schon echt krass. Klexi, danke für den 13-Monate-Rece-Up. So. Ist korrekt, oder? Ja. Hier ist ja alles, was... mit der... Region. Oh, nee, doch nicht. Nicht. Aber es läuft auf jeden Fall wieder. So. Wieso redet der Typ wieder mit sich selbst? Ich weiß es nicht. Aber auch 100 Bits von dem guten Mario. Ich danke dir. Also... Die Energie strömt hier rein, Alter. Vielen Dank. Schön 100 Bits gechiert. Bitte 100 Bits. Achso, hier sollte ich jetzt eine Hütte bauen. Gut. Mache ich. Bauen. Oh, fuck. Verkackt. Ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, Tür aufzubauen. Ich hab's verkackt, Tür auf. Aus. Scheiße. Ich hoffe, ich kann das jetzt wieder abreißen. Das ist schön. Das wollte ich aber nicht. Konstruktion abbauen. Ja, möchte ich gerne. So, wieder löschen. Ja. Genau. Ja, ich bin dumm. Ich weiß. Jawohl. So. Und das schneiden wir natürlich raus. Und jetzt hab ich keins mehr. Fick mich ehrlich jetzt. Das ist nicht dein Ernst, ey. Auch weil ich da gerade Scheiße gebaut habe. Im wahrsten Sinne. Muss ich jetzt wieder zurück. Und mir wieder so ein Ding holen. Och nein, ey. Ich bin so dumm. Ich bin einfach so saudämlich. Scheiße. So, hier. Rönden. Schlünd. Zum Glück ist es nicht so weit, aber... Trotzdem wieder mal ärgerlich. Kennen Sie sich anders? Ja, hier habt ihr recht. Ich sollte eigentlich auch nicht überrascht sein. Virtuelle Pilze. Nein. So, guten Tag. Ja, ja, nee. Ich hab die Mission nicht abgeschlossen. Ich bin einfach nur dumm. Ja, dankeschön. So, Ausrüstung herstellen. Ja. Dann... Bitte. Nee, ne? Das ist nicht wahr. Ich kann's nicht kaufen. Weil mir Schirale, Kristalle, Resine und Metalle fehlen. Ich kalt's im Kreis. So, die gibt's hier schon mal nicht. Oh, Mann, ey. Privatverspinnend. Ist hier irgendwas drin, was ich vielleicht gebrauchen kann? Nur die scheiß Stiefel. Na, danke. Ähm. Ach, scheiße. Und das Stufe 1-Ding bringt mir nix, ne? 700... Nee. 64 und 80 brauche ich. 30, 64, 80, 2010. So, 30. Jetzt kann ich nur 18 nehmen. Weil das so schwer ist? Ich könnte gerade schon wieder komplett ausrasten. Warum kann ich denn jetzt nicht... Wieso? Ach, warte mal. 80... 1 ist 80. Jetzt verstehe ich's. Oh. Oh Gott, Alter. So, warte mal. Wie viel brauchte ich nochmal? Ach, Mann. Ich brauchte 64 und 80 Metalle. So, 64. Das heißt, hier von 1. Metalle. 80, ne? Das heißt, hier von 1. Und die Kristalle haben wir nicht. Die muss ich also irgendwie finden. Ich glaube, jetzt passt das. Ich pack das alles um den Rücken. Das ist mir scheißegal. So. Also, was hilft nur Frust wichsen. Ich hatte alles da. Nur weil ich dumm bin, verkacke ich alles. Also, wenn ich jetzt hier auf Ausrüstung erstellen gehe, dann fehlen mir nur noch die Kristalle. Richtig. Scheiße. Es hätte alles so leicht sein können. Aber warum steht da benötigt Null? Ich komme gerade echt nicht klar. Ich nehme mir noch einfach einen Lastenheber mit dazu. Das bringt schon was. Okay. So. Das Schöne ist, diese chiralen Kristalle, die gibt es nicht einfach überall. Musst du mühselig suchen. Die liegen nicht so krass einfach in der Weltgeschichte rum. Am besten, ich gehe erstmal zu der anderen Mission. Das wäre die einfachste Mission gewesen. Hätte ich einfach nur richtig geklickt, wäre die fertig gewesen. Abgeschlossen. Alles cool. Schuhe-Led-Games. Vielen Dank für deinen 800-Dreviews. Danke für deine Reviews. Ey, danke nicht auch für den Support. Scheiße, ey. Es ist nichts davon da, ey. Kacke, ey. Das regt mich jetzt richtig auf. Weil das jetzt bestimmt 20 Minuten oder so frisst. Einfach nur, weil ich dumm bin. Ich habe auch echt nichts mehr, ey. Oh, hier sind ja welche. Na, dann geht's doch. Na bitte. 28. Und zack. 13. Fehlen noch welche, oder? So. Hier. Zack. 10. Gesamt 138. Na, den haben wir es doch jetzt. Wehe, das klappt jetzt nicht, ey. Das ist der Vorschlag. Das ist der Vorschlag für das Emote. Ich weiß nicht, was du da zusammengescrabbelt hast, aber es sieht ganz schön aus, als hättest du zu viel genascht. Keine Ahnung. Ich bin unschlüssig, sag ich dir, wie es ist. Ja, die Geisterfiecher, die ich töten kann, droppen die. Ich weiß, aber es ging jetzt auch so. Selten was Schönes gesehen. Hast du das mit Paint gemalt? Oh ja, der Chat ist gerade spekuliert. So. Jetzt können wir hier die Ausrüstung her... Nein! Wieso geht das nicht? Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht geht. Aber mit dem Teil 1 kann ich das doch nicht bauen. Verstehe ich jetzt gar nicht. Ich versuch's jetzt mal mit dem Teil 1, aber ich glaube, das wird nix. Hä? Wieso ging das jetzt nicht? Scheiße. Jetzt hab ich ja noch mehr Probleme. Aber warum? Ich versteh's nicht mehr. Jetzt hab ich nicht nur Scheiße gebaut, weil ich das einmal verkackt habe, sondern richtig scheiße. Hm. Was machen wir denn jetzt? Ja? Ich geh nach Hause. Tschüss. Weg gehen, dass das neue kämpfen. Was? Weg gehen, dass das neue kämpfen. So sieht's aus. Ja. Seid ihr hart? Ja, ist klar. Na denn, hau rein. Tschüssi. Tschüssi. Tschüss. Bleib noch da. Ja. Wie war das? Eine Freundin hatte nämlich eine Freundin da und die Schäfin hat gesprochen, ja. Konstruktion wechseln. Brücke? Nein. Wachtturm? Nein. Generator? Nein. Zeitregenunterstand? Nein. Oder doch? Was wollte der, was ich jetzt hier baue? Spiel von vorne. Schutzhütte. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Mal ehrlich jetzt, was mache ich denn jetzt? Wo muss ich denn jetzt, jetzt muss ich irgendwo kilometerweit hinlaufen, um irgendwo zufälligerweise das bauen zu können, was ich brauche? Dann renne ich wieder hierher und denke jetzt weiter oder was? Also ich renne jetzt dahin und gucke, ob ich zufällig das jetzt gebaut kriege. Diese Stufe 2 Ding. Das ist ja jetzt alles scheiße. Das ist jetzt richtig, richtig schwierig. Das ist nicht schwierig, aber es ist halt anstrengend, weil ich jetzt so... Oh nein, ich habe jetzt die Stufe 1 Ding hierhin gejobbt. Och, mach doch, was du willst, Alter. Jetzt habe ich hier auch wieder irgendein Ding hingebaut. Mir ist egal. Spiel von vorne starten, ey. Wie bekommt man im Spiel The Feen? Hat mir runtergeladen, aber nicht im Roster. Du musst den Bump in the Night DLC erst durchspielen. Also den einen, den mit Bray Wyatt. Den musst du erst durchspielen. Dann kriegst du den. Boah, das nervt mich gerade richtig. Es regnet wieder, na klar. Jetzt könnte man den Unterstand sehr gut gebrauchen. Wie gut, dass ich einen habe. Ach nee, habe ich ja gerade einfach in die Wildnis gedroppt. Scheiße. Jetzt gehe ich hier runter. Jetzt bedarf es wirklich Geduld. Also jetzt wird meine Geduld hier richtig auf die Probe gestellt, weil ich habe gerade dezenten Hass, sage ich euch. Mein Three-Realer ist beschädigt. Ich weiß nicht mal, wo der steht. Scheiße, ey. Wieso einfach, wenn es auch schwer geht? Ja. Das wäre jetzt ganz, ganz easy gewesen. Einfach nur klick, klick. Mission beendet. Und jetzt muss ich hier ewig lange rumrennen. Und ich weiß noch nicht mal, warum ich mir das da nicht kaufen konnte. Ich verstehe noch nicht mal, wo das Problem jetzt gerade war. Das heißt, es kann auch sein. Es kann auch sein, dass wir gleich genau das gleiche Problem kriegen. Also wenn ich jetzt hier gleich am Ziel bin, dann kann es halt auch einfach mal sein, dass ich da auch nicht, dass ich das da auch nicht bauen kann und dann habe ich gar keine Ahnung, was jetzt los ist. Es ist mir egal, ob wir Gesellschaft haben. Ist das ein Zeichen für den Unterstand? Hier vorne? Schauen wir mal hin. Okay, irgendwas ist da auf jeden Fall. Oh. Okay, das war knapp. Würde ich sagen. Kurz mal gestolpert und, äh, ja gut. Das war eine richtig knappe Kiste. So. Seil nehmen. Gucken, ob ich mich mit dem Ding auch abzeilen kann. Ob das hinterher fährt. Boah, das kommt gleich hin und er schlägt mich. Ah. Okay, es geht. Verbindung zum Schweber abgerissen. Nein! Willst du mir jetzt echt erzählen, dass mein Schweber jetzt da oben hängt mit meiner ganzen Fracht? Oh, leck mich doch. Oh, leck mich doch am Arsch, Alter. Scheiße. Ey, jetzt, jetzt verkacke ich das ganze Spiel hier komplett. Oh, jetzt. Ey, ich, ich verzweifle gerade. Oh, nee. Oh, nee. Wie mach ich das jetzt? Wenn ich einmal runtergesprungen habe, wäre besser gewesen. Wie kriege ich denn das Ding jetzt wieder dran? Sei loslassen. Nee. Keine Chance. Meine ganze Fracht. Ich komme da nicht mehr ran. Oh, nein. Alter, nein. Ich flipp aus. Das sind die ganzen Dinger, die ich für die nächste Mission brauche. Und das hängt da jetzt alles fest. Ich fühle mich zwar wirklich real im Spiel, weil ich wirklich keine Ahnung habe, wie ich das jetzt machen soll. Oh, nein. Ich bin gerade komplett verzweifelt. Das war es jetzt komplett. Ich bin wirklich gerade ein bisschen fassungslos. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. So, warte mal. Wenn ich meine Leiter jetzt da dran setze. Oh, guck mal. Wir probieren es mal. Die Leiter muss es reißen. So, komm schon. Komm, bitte, ey. Mach keinen Scheiß. Komm. Mach keinen Scheiß. Lass mich das Ding da irgendwie noch dran setzen. Oh, fuck. Kannst du das Ding nicht von der Klippe schmeißen und dann wieder festmachen? Ja, das würde ich gerne. Das ist nicht dein Kackernst. Es bewegt sich. Ich stehe richtig. Komm, Schweber befestigen. Yeah. Come on. Yes. Es ist nicht alles ein bisschen, was liegt auf der Leiter. Yo. Okay, ich bin halb tot, aber alles ist da. Oh, das war schon wieder scheiße wie die Sau, ey. Okay. Gut. Alles ist da. Alles hat geklappt. So, Schweber. So, Frachtmenü öffnen. Jetzt kommt der ganze Scheiß. Das kommt auf meinen Rücken. Das kommt auf... Nee. Das kommt auf den Schweber. Äh. Da habe ich jetzt wirklich mal ein bisschen Glück gehabt. Obwohl, ist es Glück, wenn man vorher richtig viel Pech hat? Redet man denn immer noch von Glück? Ich kann... Es fühlt sich nicht viel Glück an. So. Jetzt passt es alles wieder. Jawollo. Geil. Leiter zerlegen. Was habe ich davon? Habe ich denn die Leiter wieder? Abgebaut. Boah, ey, Leute. Was eine Kacke. Ich schaffe es wirklich, so viele Kleinigkeiten im Spiel einfach zu machen, dass... Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand in diesem Spiel so viel Scheiße passiert wie mir. Die meisten Leute spielen das Spiel einfach unfertig. Aber... bei mir ist... ist das was ganz anderes. gekonnt ist gekonnt. Klar liegt es am Spiel nicht an dir. Ne, ich glaube, es liegt nicht am Spiel. Es liegt... es liegt an mir. Aber... sowas passiert keinem anderen in diesem Spiel. Sowas passiert immer nur mir. So ein Schein. So. In der Scheiß gehört zum Schweigen. Scheiß auf den jetzt. Überlegt euch lieber, was wir machen, wenn ich da jetzt auch nicht dieses Stufe 2 Ding herstellen kann. Weil dann schaffe ich diese Mission nicht. Hast du Scheißanfänger, dann hast du Scheißanfänger. Und so sieht's aus. Das Wort Lagerregal rückwärts gelesen heißt Lagerregal. Cool. Infos, die keiner braucht, aber interessant. Die Effekte des... Och, ey. Nee. Jetzt hängt das Ding hier wieder sonst wo. So, komm mit jetzt hier. Schmetterlinge haben ca. 100.000 Mal mehr Haare als Menschen auf dem Kopf. Krass. Du bist ja so klug, was du alles weißt. Okay, mein komischer Exoskelett-Bein-Gedöns ist auch nicht mehr so ganz fit. Alter, ey. Ich werd hier gerade irgendwie nicht mehr drauf... Ich komm mir irgendwie nicht drauf klar, wie... wie viel Scheiße wie viel Scheiße mir wie viel Scheiße mir auf einen Haufen passiert. Dann brauche ich mich wundern, dass das Spiel 50 Stunden Spielzeige hat. Oder bei mir 100. Scheiße, meine Beine sind fast... mein Exoskelett-Dings ist fast im Arsch. Gar nicht gut. Bisschen muss es noch durchhalten. Ach nee, das reißt doch schon wieder ab. Akku leer. Lade den Akku auf. Aktivskelett nicht mehr aktiv. Frachtgewicht ist höhere Belastung. Jawohl. Schön. Aber ich glaube, in der Basis lädt sich doch der Akku wieder auf, ne? Alter, ich lasse gleich aus, wenn ich hier nicht diese Stufe 2-Dinger erstellen kann. Ey, dann flippe ich hier wirklich... Den drehe ich gleich komplett am Zeiger. Scan wird gestanden. Bridges' ID wird geschlossen. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts flompiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Mein Akku wird jetzt wieder geladen, oder? Anzug wird dekontaminiert. Ruhe entfohlen. Ausrasten in 10. 9. Gott sei Dank. Ich kann es herstellen. Ich nehme mir ein zweites mit. Wer weiß, wie dumm ich bin. Wenn ich dann wieder die Strecke laufen muss, dann wäre ich komplett ausgerastet. Warte mal. Ich habe schon wieder keine Leiter? Blutgranate. Nehmen wir auch nochmal gleich welche mit. Alles umladen. Automatisch anordnen. Bestätigen. Aufträge sind nur Scheiße, die wir annehmen können. und dann wohnen wir uns kurz im privaten Raum aus. Oh Gott, Alter. Das ist heute wirklich... Also heute ist es echt zum Mäuse melken. Ich sage es euch. Heute wird eine Maus richtig penetriert. Alter, wie geil. Nächste Woche bei NXT UK. Man sieht ja auch nichts dort so langsam. Ja, man weiß. Alexander Wolf gegen Ilya Dragunov. Richtig geil. Unsere beiden Dresden, ne? Alter, die können ohne Probleme in 5 Sterne mitballern. Also für WWE-Verhältnisse in 5 Sterne. Richtig geil. Richtig geil. So. Ist jetzt alles wieder gut? Ist auch noch ein paar Monster. Hier, Prost. Prost. Reicht. So. Reicht. Und tschüss. Jetzt wird das Baby wieder angeschossen und ich habe wieder irgendwie eine Hallos. Oder auch nicht. aber meine Fracht ist ganz schön am Arsch. Deswegen würde ich gerne dieses Reparaturspray nehmen und das nachher hier richten. Zustand der Weizensaat ist wieder sehr gut. richten mal nach hinten. Okay. Das ist wieder easy, was ich hier drauf habe. Aha. So, und das muss ich jetzt wieder hier ablegen. Schön. Und jetzt geht's wieder los. So. Nur aufwärts, aber ich glaube nicht, dass Alexander Woven so ein Sterne-Mensch hinkriegt. Na keinem Kopf. Ich glaube, jeder Indie-Wrestler kann, könnte. Könnte. Nein, nicht jeder, aber viele. Zeitregen-Farmen. Jetzt muss ich da wieder hin, ne? Scheiße, ey. Jetzt muss ich da wieder hinrennen, ey. Das ist doch kacke. Scheiße, ey. Jetzt muss ich die ganze Strecke wieder zurückrennen. Nur wegen einem kleinen Fehler. Dafür sind meine Beine hier wieder aktiv. Warum hat denn die Brücke da hingeworben? Die hätte doch hier viel mehr Sinn gemacht. Das ist doch der direktere Weg. So. Vielleicht reicht die Leine wieder. Und die wird aufs Meer rausgetrieben. Jawohl. Mann, das ist doch alles scheiße hier. Warum gibt's hier keine bessere Tour? Kann mal jemand eine Straße langbauen? so, da muss ich hin. Kann's doch schon sehen von hier aus. So, jetzt regnet es wieder. Ist mir aber scheißegal. ich muss da wieder hoch, ey. Geh mal lieber da geradeaus lang. Komme ich auf jeden Fall ein bisschen geschmeidiger hoch. Wo ich dieses komische Ding hier hinter mir habe. die Frage ist auch, kann ich das Ding einfach irgendwo stehen lassen? Ich glaube nicht, ne? Wenn ich das Teil irgendwo stehen lasse, dann ist es, glaube ich, zu Ende. Aber hier komme ich auf jeden Fall besser hoch. Zack. Jam, jam, jam. So, jetzt kommen hier wieder die Viecher, oder was? Ja. Kein Problem. Ich habe Granaten am Start. Von mir aus sollen sie kommen. So, gleich mal ausrüsten hier. Oh. Oh, nein, 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 nein! Oh, ich Idiot. Ich dummer Haufen Scheiße. Ich habe mal eine Granate in 60 Feuer weil es weil darum ist, wir haben Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Was? So, warte mal. Ausgerüstet ablegen. Und... Neuer. So. Zack. Alles cool. Oh, wir gehen mal gebückt. Oh, mit hier die Jungs. Zack, meins. Oh, guten Tag. So, kein Problem. Okay. Hier müsste noch einer sein. Den brauchen wir. Oh, fuck. Noch irgendwo einer. Wo denn? Oh, ey. Es ist schön zu wissen, was man zu tun hat, aber teilweise ist das wirklich... Eigentlich läuft man die ganze Zeit nur in der Gegend rum. Ja. Eigentlich schon. Aber wenigstens... Man läuft hier nicht planlos durch die Gegend rum. Man läuft hier nicht planlos durch die Gegend rum. Aber... Man hat schon viel zu tun, so. Aber man weiß auf jeden Fall dann irgendwann auch, warum man hier irgendwie... Also auf jeden Fall, wie man genau was zu tun hat. ... ... ... ... ... ... Ich hab das Ding jetzt gekillt? Ja. Alter, hier war direkt neben mir eins. Und ich hab's nicht mitgeschnitten. Alter, fuck. Das hätte jetzt auch wieder komplett nach hinten losgehen können. Komm, immer schön abhauen hier. So. Ist immer noch da hoch, Alter. Das ist so scheiße weit hier immer. Oh. Ich muss ja nur über den Fluss... Nee, ey. Oh, oh, oh. Nein, 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 nein! Meine ganze Fracht! Alter. Das ist nicht... Das ist jetzt nicht... ...dein verfickter Ernst. Das kann nicht wahr sein. Seit... ... 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 einen Auftrag retten musste und kurz bevor ich da bin wird mir ein anderer Auftrag verkack ich den und jetzt muss ich wieder von vorne anfangen also das ist da immer nicht wahr wo bin ich jetzt ich bin wieder hier ich muss jetzt wieder dahin ich bin jetzt da wo ich eben gerade übernachtet habe mehr oder weniger ach guck mir hier steht jetzt auf der map wo mein motorrad ist das problem an der ganzen scheiße ist hier so eine bekackte hügellandschaft ich komme mir mit meinem motorrad einfach nicht weit das heißt wenn ich mir jetzt hier noch mal ein motorrad respawnen lasse bringt mir das absolut gar nichts ich probiere es jetzt zwar noch mal aber ich kriege das gar richtig auf vor allen dingen habe ich jetzt noch nicht mal geschlafen oder gott alter also jetzt richtig am zeiger die komplette letzte stunde war komplett für den arsch wohl eigentlich stimmt es nicht doch es stimmt schon die ganze letzte stunde auf den arsch aber auf dem weg es wieder hinzukriegen habe ich auch noch mal 20 minuten verloren das ist alles echt nicht schön so wieder abhauen jetzt habe ich mir noch mal ein motorrad und guck mal wie sie läuft wie weit ich komme und ob ich auch an meinem motorrad dieses ding hier hängen kann stopp kann ich mich nicht dahin beam ich habe die doch an das neurale netzwerk da angebunden chirale netzwerk oder wie auch immer das heißt ich glaube ich kann mich dahin beam aber ist denn die fracht die auf meinem dings ist auch da drin das ist halt die nächste ob die denn auch mit da ist wir versuchen das mal ach dann hätte ich von einfach an hier nicht hinrennen müssen glaube ich ja fragile sprung ich kann mich nur weiter zurücksetzen und nicht wieder nach vorne schade das hätte mir mein leben jetzt richtig erleichtert ja es geht nur von berührenden raum zu berührenden raum schade hätte klappen können für Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut zu wissen Obwohl ich hier eben alles repariert habe So Okay, jetzt muss ich die ganze Scheiße wieder machen Das heißt Ausrüstung herstellen Davon nehmen wir wieder zwei mit Das wäre es jetzt gewesen Ich wäre jetzt einfach losgelaufen Und hätte nichts dabei gehabt Dann wäre es das gewesen So, dann nehmen wir hier wieder Ein paar Granaten mit Und dann hauen wir hier so einen Wheeler raus So Versucht ein Fahrzeug zu benutzen So, jetzt lösen wir den Benutzen das Fahrzeug Und können den Lastenschweber nicht an das Fahrzeug klemmen Ne, es ist auch einfach schön Es ist auch einfach schön Es ist schön Sieht so leer aus Sieht so leer aus Kette und Euro Oh, danke dir Also ich verzweifle hier gerade komplett Ich verzweifle wirklich richtig hart gerade Kann ich diese ganze Scheiße aufs Motorrad bringen Motorrad ist natürlich zu weit weg Kann ich jetzt eh nicht auswählen Stark Das ist eh alles schwer für das Motorrad Ey, ist die Torben Danke für deine 32 Monate Reset Scheiße Ich hab langsam echt keinen Bock, ey So langsam verlässt mich meine Kraft Ich muss immer noch dahin Okay, weißt du, was ich jetzt erstmal mache? Aber das ist ja noch weiter Ich geh jetzt erstmal dahin Und geb diese Mission Sachen ab Wie viel ist denn das Unterschied? Ich würde sagen, ich versuch's einfach Ich geh lieber die Strecke Scheiße, das ist so weit, ey Aber hier ist ne Brücke Gut zu wissen Ich mach das jetzt einfach so Oder Ich weiß es gerade echt nicht, wie ich es machen soll Ne, ich hab ne Idee Ich wähle das hier als hier So, das hier Nicht Und jetzt Und dann hole ich mir Ich hab ja jetzt zwei von diesen Dingern geholt Ey, wenn ich mich dann wieder verklicke Und dann Baue ich ne Brücke Ich baue dann eine Brücke Um über diesen großen Fluss Zu kommen Damit ich nicht wieder mitgerissen werde Dann geh ich über die Brücke Und dann ist alles safe So, machen wir das jetzt Wenn dir wieder irgendwas passiert Dann brech ich's ab, ey Dann können sie mich mal Am Arsch lecken Dann ist ein Ragequid auf jeden Fall da, ey Meine Fracht Die auf dem Dings ist Keine schlechte Idee gewesen Wenn ich die jetzt wirklich normal verlieren sollte Dann geht die nicht gleich kaputt So in der Theorie In der Praxis Wahrscheinlich nicht So, wir haben wieder Regen Unsere Route ist da So weit Alles gut So, da müssen wir lang Ich schaff das jetzt, ey Ich wette, ich mache das alles so Bin endlich an dem Bauort Dann verklicke ich mich wieder Und dann raste ich komplett aus, ey So, jetzt kommen hier wieder diese komischen Fiescher Da muss ich jetzt auch aufpassen Dass ich die auf jeden Fall hier alle kille Das war mir eben auch ein bisschen zu knapp Alles Das war mir also, wenn das ist, das war mir ist Okay, ich schaff das mal ein bisschen zu kalt Toch jetzt mal die Kälke Oh shit So knapp menge ich das Dann ist noch eins So Das muss ich jetzt ablegen Und dann muss ich noch gleich die nächsten aus So Alter drei Stück Klar Oder ist hier vorne nur noch eins Was skaliert denn das Ding so Hä? Ich verpiss mich noch nie so schnell Oh ja Nee weg Wieso sehe ich die denn jetzt immer so scheiße Vorher habe ich die immer besser gesehen glaube ich Hier guck mal Alter Der steht direkt vor mir Wieso sehe ich den jetzt erst so spät Kurutsch Okay. Hä, wo denn? Du musst auch direkt vor mir sein. Hä? Oh, es ist ja auch direkt vor mir. Wieso sehe ich denn die Viecher nicht mehr? Hä? Ich bin jetzt besser als ein Call of Duty. Jo. Wollen wir mal fragen. Ein paar Tipps für den Einstieg ins Wrestling Training. In meine Schule kommen. Das ist eigentlich der beste Einstieg, den du machen kannst. Ähm. Ja. Fakt. Fakt ist, unsere Schule hat in Wrestling Deutschland einen richtig, richtig guten Ruf. Und den haben wir uns hart erarbeitet. Und. Ja. Aber. So soll das auch sein. Also Wrestling Gym Hearts. Deine beste Möglichkeit für Wrestling Training. So, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Stufe 2, Stufe 2. Ausrüsten. Konstruktionsart anpassen. Brücke. Tiefes Wasser entdeckt. Na, deswegen baue ich auch die Brücke. Hätte ich die. Soll ich mit einer Brücke, wenn ich hier kein tiefes Wasser habe? So, hier. Zack. Bauen ist da. So. Jetzt baue ich mir eine schöne Brücke hier drüber. Und dann können die mich alle mal. So. Gucke mal an. Fundament der Brücke fertiggestellt. Jetzt hoffe ich, dass ich mir den Rest der Brücke auch noch leisten kann. Ne, ne? Ich will nicht mehr. Alter, ich brauche 800 Metalle für diese verfickte Brücke. Und ich habe nur 100 dabei. Das ist einfach nicht wahr, ey. Ich mache es zwar jetzt trotzdem. Ich gebe jetzt mal ein 100er ab. Aber es bringt mir nix. Es bringt mir gar nix. Das ist einfach nicht wahr, ey. Das ist einfach nicht wahr. Wie komme ich da jetzt rüber, ohne zu sterben? Ich kann nur versuchen, da über diese Steine zu gehen. Alter, ich flipp aus. So, warte mal, bevor ich das mache. Ne, keine Granaten. Hält das Spray. So, machen wir erstmal alles hier wieder heile, was ich habe. So, na dann, wünsche mir Glück. Oh nein, oh nein, oh. Oh nein, oh. Das Ding hängt da schon wieder. Komm jetzt hierher, Alter. Das Scheißding ist da stecken geblieben. Ey, nein. Das ist nicht ein verschissener Ernst. Das hat sich festgeglitscht. Das hat sich echt festgeglitscht. Ey, ich raste gleich komplett aus. Ja, alles abgerissen. Liegt jetzt ja alles rum. Und es ist sogar so festgeglitscht. Jetzt habe ich alles andere noch verloren. Okay. Das war's. Stream beendet. Dieses ganze Ding ist nicht nur festgeglitscht. Meine ganze Scheiße geht hier gerade weg. Auch das, was ich jetzt hier unbedingt brauche. Sondern, ey, ich dreh ab. Ich kann diesen Wagen noch nicht mal mehr, noch nicht mal mehr nehmen. Ich kann ihn nicht aufnehmen. Ich kann ihn nicht anketten. Nix, gar nix. Hey, Leute. Ich flippe aus. Ich hab... Ich hab wirklich jeden einzelnen Bug, den das Spiel zur Verfügung hat, hab ich genutzt. Ey, das kann nicht wahr sein, Alter. Ich komm da nicht ran. Ich komme da nicht ran. Ey, ich flippe ja gleich aus. Ey, ich bin so kurz... Ich bin so kurz davor, hier irgendwas durch die Gegend zu feuern. Das kann nicht wahr sein. Der Wagen ist hier festgeglitscht. Bewegt sich nicht ein Stück. Und ich kann den Wagen nicht mehr anwählen. Und ich kann auch die Ausrüstung, die auf dem Wagen ist, nicht auswählen. Ey, Leute. Ich kann diese Mission nicht beenden. Wenn ich jetzt hier wieder weggehe, dann wird mir die Mission wieder abgebrochen. Und dann werde ich wieder zurückgesetzt. Ey, ich verstehe nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich kapiere das nicht. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich wirklich jede einzelne kleine, verbuggte Scheiße in diesem Spiel mitnehme. Kein einziger Streamer, der dieses Spiel spielt, hat diese Kack-Probleme. Ich habe echt keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Alles andere ist eh weg. Es ist eh alles weg. Ich kann jetzt da versuchen, hinzulaufen und diese Mission zu beenden. Aber, wenn ich zu weit von dem Ding weg bin, wird das eh aus der Welt entfernt. Und da das die Missionsgegenstände sind, wenn die aus der Welt entfernt sind, wird die Mission abgebrochen und ich fange wieder von vorne an. Gucke hier, vom Zeitregen zerstört. Yo, toll. Ich bin mal ehrlich, ohne Mist. Wirklich, ohne Scheiß. So viel Pech, wie ich, kann es auf unserem Planeten gar nicht geben. Das ist verboten, dass ein Mensch so viel Pech hat. Das ist gesetzlich verboten. Das kann gar nicht sein. Ich bin richtig sauer. Ihr macht euch keinen Begriff, wie sauer ich bin. Pech im Spiel, da fährst du uns. Aber selbst wenn ich das jetzt hier schaffe, selbst wenn ich diese Mission erledige, ich habe sogar noch ein größeres Problem gleich. Wenn ich die Mission jetzt abschließe und es wird ein automatischer Savepoint gesetzt, wird automatisch gesaved, dass meine Missionsgegenstände kaputt sind. So. Und dann ist eh alles vorbei. Zeitregen unterstanden, soll ich jetzt hier bauen. So, wie kriege ich den ganzen Scheiß da weg? Solltest du Geld kriegen, dass du die Bugs findest von den Entwicklern. Ja, eigentlich schon. Du solltest eine Schutzhütte bauen. Nein. 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 Weil da gerade der Hinweis zu der Schutzhütte stand ist schon hin. Nein. Ich drehe durch. Ich drehe komplett durch. Das ist nicht dein Ernst. Wollen wir nochmal kurz durchgehen, was jetzt gerade alles passiert ist. Ich gehe nochmal kurz durch, was hier gerade alles passiert ist. Meine Aufgabe war, eine Schutzhütte zu bauen. Für diese Aufgabe habe ich ein Gerät bekommen. Dieses Gerät habe ich aus Versehen für etwas anderes verwendet. Also konnte ich dieses Gerät nachkaufen. Allerdings nicht dort, wo ich es her habe. habe mir tausend Sachen gesucht, die ich für die Herstellung brauchte, aber ich konnte es trotzdem nicht dort herstellen, wo ich es her hatte. Das heißt, ich musste erstmal durchs ganze Land rennen, um mir dieses Gerät neu zu holen. Da ich natürlich weiß, gehe ich auf Nummer sicher, kaufe ich mir das zweimal. bin auf dem Weg dorthin, wegen einer anderen Mission, wurde mein Spiel abgebrochen, weil ich ins Wasser gefallen bin und damit die Fracht für eine andere Mission kaputt gegangen ist. Deswegen wurde ich wieder zurückgesetzt zu dem Ding, wo ich diese zwei Sachen gekauft habe. Weil ich klug war, habe ich lieber nochmal geguckt, weil auch das wurde zurückgesetzt. Ich habe mir diese zwei Sachen also neu kaufen müssen. Schaffe es endlich dahin, wollte klug sein und habe eine dieser Geräte verwendet, um eine Brücke über diesen Fluss zu bauen. Allerdings hatte ich nicht die Materialien für die ganze Brücke, habe also dieses eine Ding verwendet, für nur den Anfang der Brücke. Damit dieses eine Ding komplett sinnlos weggeschmissen. Ist ja nicht schlimm. Hab ja noch eins. Ich schaffe es, meine ganzen anderen Sachen werden festgeglitscht und ich schaffe jetzt eh nicht die Mission, wo die vorhin schon mal wegen abgebrochen wurde. Diese andere Mission werde ich nie wieder in diesem Spiel schaffen, weil die Missionsteile in einem Stein festgeglitscht sind. jetzt schaffe ich es endlich hierher und baue trotzdem die falsche Sache der gleiche Fehler, den ich am Anfang gemacht habe. das heißt, ich habe jetzt gerade zwei Stunden meines Lebens für komplette Scheiße verwendet. Ich dreh ab. Speicherpunkt neu laden. Wie soll das gehen? Ich sage es ja, so viel Pech auf einmal müsste gesetzlich verboten sein. Und ich habe es, es war ja noch nicht mal Dummheit, dass ich das gerade falsch gebaut habe, sondern es wurde mir angezeigt, dass ich einen Unterstand, es wurde mir angezeigt, Unterstand bauen. Und ich sollte aber so ein Haus bauen. das ist Trollen auf dem größten Niveau, was sich ein Mensch vorstellen kann. Lade deine aktuellsten Speicherdaten. Da ich hier gerade aus Versehen mich hingesetzt habe, wette ich, dass ich jetzt hier vor wieder respawne. Komm in meinem Leben. Im Nachhinein schon lustig, oder? Nichts. Absolut. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Natürlich ist mein letzter Speicherstand genau hier. Jetzt einige begonnen auftrag, begonnen auftrag, begonnen auftrag. Guck mal, kann ich mich nicht hier ganz zurücksetzen lassen? Guck mal, wie viele Speicherstände es hier gibt. 21 Uhr 10, das ist jetzt 22 Uhr 34. Ich würde sagen, ich probiere das einfach, oder? probiere jetzt mal den Speicherpunkt. Kannst einfach zurücksetzen auf den Punkt, wo du es falsch gestellt hast. Ey, ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, Alter. Ich heule sonst. Ich war wirklich eben kurz vorm Heulen. Ich war so nach vom Nervenzusammenbruch. Okay, hier habe ich es nicht. Was ist denn herzustellen? Kann ich hier auch nicht machen. Okay, warte. Nichts speichern. System. Laden. Schlimmer kann es nicht mehr werden. Das sagst du, Vision One. Du sagst es. Ich kenne mein Leben. Es geht immer schlimmer. So, jetzt habe ich hier alles unter anderem Okay, jetzt bin ich im richtigen Speicherpunkt. Jetzt habe ich hier das Stufe 2 Ding. Och, leck mich im Arsch. Ich hätte mir so viel, ich hätte die ganze Scheiße, die wir gerade durchmachen mussten, das hätte ich mir alles ersparen können, indem ich einfach den Speicherpunkt zurücksetze. Ich bin jetzt aber, da wäre ich jetzt normalerweise darüber enttäuscht, aber ich bin jetzt eigentlich mehr froh, dass ich jetzt hier endlich weiterkomme, als, weil ich hätte, ich hätte das Spiel jetzt abgebrochen, komplett. Hätte es nie wieder reichen, nicht. schweber befestigen und dann Fachmenü öffnen. So, auf den Schweberladen, das Ding auf den Schweberladen und das Ding auch und das auch und das hier auch. So, alles, was die letzte Stunde passiert ist, wird alles rausgeschnitten. Warum das? Wenn du die nötige Menge beisammen hast, stelle die Schutzhütte am Bauplatz fertig. Schutzhütte an. Okay, ich brauche mehr Kristalle. Erforderliches Material, 300. Wir gehen da jetzt erstmal hin, ey. Und dann will man mir erzählen, oh, du streamst ja nur den ganzen Tag, oh, ist doch keine Arbeit. Ich verarschen. Alter, wie viele Kristalle ich für die Scheiße brauche. Ich gehe jetzt erstmal rein und versuch mal. Schutzhütte. 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 Briefkasten. Schutzhütte. Hier, Schutzhütte. Wow, gleich beim ersten Mal. Cool. Um die ganze Schutzhütte zu bauen, brauche ich aber noch mehr Materialien. Da weiß ich gar nicht, ob ich die herkriege. das wird nicht reichen, Sam. Du brauchst mehr chirale Kristalle. Wenn du nicht mehr dabei hast, beschaffe dir welche und liefere sie zur Schutzhütte. so, so, 43 habe ich jetzt und spezielle Legierungen habe ich ja dabei. so, das passt also alles. Brauche ich jetzt nur noch mehr von diesen Dingern. Okay. Alles ist gut, Freunde. Es ist alles super gut. Keine Sorge. Nur damit du es weißt, Verteilerzentren und ähnliche Orte lagern Material, mit dem du guck mal, das ist schon wieder festgeglitscht. Du bekommst auch alles für den Bau von Konstruktionen. Die Vorräte der Einrichtungen haben aber als Grenzen. An ihren Terminals Das ist ein scheiß Ding, ey. So, wo finde ich jetzt diese Kristalle? Ich habe halt nicht mehr so viele Granaten, deswegen brauche ich gar nicht auf Jagd gehen, weil in dem Ort, wo ich ja war, konnte ich auch keine Granaten bauen. Das war also auch nicht so klug. Das heißt, ich bin jetzt echt darauf angewiesen, dass ich die jetzt hier alle finde. Das kann ja jetzt ewig da rum. Ich kann die noch nehmen, die da drin sind. Aber allzu viel würde es nicht ausmachen. Da ist noch was. Du findest die Scheiße schon, aber du musst halt sammeln, ne? Na bitte. Neun. Ich sehe gerade, dass da ein Briefkasten ist. Vielleicht sind da noch ein paar Kristalle drin. Dann hole ich mir jetzt erstmal alle, die da drin sind. Material hinnehmen. 80. Das sind auf jeden Fall alle, die da waren. Das Ding wird mit Kristallen betrieben und du hast ja gerade alle abgegeben. Ja, Stück macht Sinn. So, wie viel brauchte ich noch? Wir gucken mal da in den Briefkasten. vielleicht sind da ja zufällig Failsche drücken. Gemeinschaftsbriefers. Ich will nichts spenden. Ich will das haben. Das ist ja die Legierung. Schön. Die bringen mir jetzt gar nichts. Die müssen wir mal weitersuchen. Warte, da sind wir, gell? Ach Gott, ey. Das ist alles kompliziert. Es ist halt, das Spiel ist ja echt geil, so, ne? Weil du hast halt eigentlich eine Arsch voll Aufgaben. Du musst an 5000 verschiedene Sachen denken. Aber es bleibt alles irgendwie cool. Aber wenn das alles nicht funktioniert, weil du halt so viele Aufgaben gleichzeitig hast, dann ist das echt hart zu nehmen, ey. So, wir müssen doch eigentlich fast fertig sein, ja. rein sammeln. So, ich glaube, das müsste reichen, oder? eine Art sechsten Sinn, den sie vor gefahren warnt. Aber wir haben etwas besseres, die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig. Rechte das? Nein! Scheiße! Scheiße! 100... 198 Stück... 98 Stück brauche ich noch. Das Spiel ist geil, jetzt wieder. Ja, das ist die ganze Zeit geil, aber das ist halt, also, das war gerade nicht schön. So, finde ich jetzt diese scheiß Kristalle. Ich brauche noch 98 Stück. Ich weiß nicht, ob das die richtige Region ist, wo ich sowas finde. Fühlt sich irgendwie nicht so an. Wettervorhersagen ähneln dem Voraussagen der Zukunft. Einige Tiere haben eine Art sechsten Sinn, den sie vorgefahren waren, aber wir haben etwas besseres, die Fähigkeit, Daten zu sammeln und entsprechend zu handeln. Der Mensch allein ist fähig, vorauszuplanen. Wir haben jetzt nichts, Alter. Wir haben jeden Tag über den nächsten nachzudenken. Und einst gebar unsere Fantasie eine üppige, lebenssprühende Kultur. Aber irgendwann haben wir das Morgen aus den Augen verloren. Wir degradierten uns selbst zu ausschließlich auf das Oh nein, oh nein, oh fuck, oh oh, alles wieder fallen lassen, ey. Vor allem gut zu wissen, dass die Fracht, die ich da vorhin im See verloren habe, die hatte ich sogar für diese Mission gebraucht. Also, selbst wenn ich diesen Fehler eben nicht gemacht hätte, ich hätte auch eben ohne Zurücksetzen niemals diese spezielle Legierungsscheiße da gehabt, weil die lag ja festgeglitscht im See. Das heißt, selbst wenn ich den Fehler eben nicht gemacht hätte mit dem falschen Hausbau, ich hätte es eh nicht hinkriegen können. Diese ganze Mission war zum Scheitern Vorteil. Inzwischen sind Martini jetzt die Saints oder kennen sie die Smackdown Live episode in den USA. Was würdest du denn nehmen? Smackdown Live? Ich weiß es nicht, die wird zu einem Football Spiel fahren. Aber das ist geiler. Also wahrscheinlich würde ich eher zu Smackdown fahren, aber ich glaube es wäre die falsche Entscheidung. Ach ey. So, jetzt müsste ich eigentlich was haben. 82, komm jetzt da. Oh, leck mich Alter, es reicht immer noch nicht. sag mal, das ist doch nicht wahr, ey. Jetzt suche ich hier die ganze Zeit diese Scheiße zusammen. so, jetzt regnet es hier wieder. Hier sind eigentlich wieder diese Gegner. Ich glaube, eine Granate hätte ich. Ah, guck mal, da ist schon was. komm, komm, komm. Yes, nice. So, wir können es endlich machen, Freunde, endlich. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir schaffen jetzt diese Mission. sind die auch eher zur NFL. Ja, ich glaube, das ist cooler. Ich flipp aus. Ich schaff's. Und jetzt kommt ein Blue Screen, Alter, jetzt stürzt das ganze Game ab und Speicherstände sind alle gelöscht. alles fallen lassen. Hör auf zu heulen, du kannst dich freuen, jetzt, wir haben es endlich. So, Konstruktion vollenden, bitteschön, 98, zack, und es ist geschafft. Nach zwei Stunden. Und gar kein Problem, natürlich. Haben wir es endlich geschafft. Das war die schwierigste Sache im Leben meiner Gaming-Karriere. So, wie lange habe ich hierfür gebraucht? Na gut, der Spielscher wurde jetzt zurückgesetzt und er jetzt hier auf die Uhrzeit eh nicht passen. Vielen Dank, Sam. Diese Schutzhütte wird langfristig für unzählige andere ein Segen sein. Ich rede nicht bloß von den Booten, die dort auf dem Weg zur Wetterstation rasten werden, sondern auch von all den Menschen, denen sie helfen. Wir alle sind mit jemandem verbunden, Sam. Aber du wirst die Ehre haben, als erster dort zu übernachten. Wieso muss ich da jetzt übernachten? Na, ich hab keinen Bock drauf. Ich fahre so schnell wie möglich weiter. So ein Scheiß. Ein Absturz würde zum Tag passen, ja. Bist du jetzt schon weiter als vorhin? Ja, ich bin jetzt schon weiter als vorhin. Vergessen du schläfst mal das einsatz zu machen. Alter, das ist bestimmt mir jetzt arschgealt, ey. Aber ich hab da auch immer so, meine Freundin schläft halt gerne, wenn's halt übelst kalt ist. Also offenes Fenster im Winter, geil, ne? Weil die deckt sich richtig hardcore zu. Also die ist richtig Profi in Zudecken. Und ich will nicht sagen, dass es warm sein muss, aber wenn ich unter meiner Decke friere wie Sau, dann läuft irgendwas falsch. Da kann ich ja nicht pennen. Aber für die ist das super. Ist auch nicht immer ganz einfach. so I'm leaving auf jeden Fall I'm leaving sowas von. So. Ich bin raus. Schlimmste Gaming Erfahrung meines Lebens, ey. So viel Scheiße innerhalb einer Stunde ist mir noch nie passiert. Kälte sollte verboten werden. Das sowieso. Von mir aus ist mein Lieblings Winter 20 Grad. Es fängt schon wieder zu regnen. Kann ich nicht irgendwie das Baby beruhigen? Nicht irgendwie? Achso, ne? Auch den Baby sehen. Baby beruhigen. Und jetzt schütteln. Immer kräftig schütteln. Das Baby muss geschüttelt werden. Also in dieser Bewegung mache ich zwar normalerweise andere Sachen, aber jawoy. Und das ganz ohne übermächtige Gegner. Ja, ich bin mein eigener Gegner hier. Lauf bei minus sechs noch im T-Shirt rum. Das ist krass. Soll ich mal wetten, dass du Blut Hochdruck hast? Spiele sieht das komplett falsch aus. auf jeden. Mein Wohnzimmer macht ja 23 Grad. Okay. Also Wohnzimmer ist bei mir auch immer richtig warm, weil mein Wohnzimmer ist nicht so groß. Aber die Heizung funktioniert richtig gut. In allen anderen Zimmern funktioniert die Heizung nicht so gut. Beziehungsweise im Badezimmer zum Beispiel kriegst du es nie richtig warm, weil die Fenster einfach komplett undicht sind. Das ist halt ein bisschen scheiße. Da kannst du alles heizen wie du willst. Das wird nichts. So jetzt kommen hier wieder diese Basin. Die Basin Boys. Und ich verstecke mich wie in dieser Samen im hohen Gras. Geländescanner mit Symbol versieht kannst dich verstecken wenn du dich duckst. Das ist noch schwieriger zu sehen. Die kommen auf mich zu. Ich rüste schon mal meine Knarre aus. Gar kein Problem. Wir wollten mir eigentlich nur ein Auto bringen. Das ist doch eigentlich ganz nett, oder? mal einen aus dem Jibisch hier nieder gemetert. Noch einen. Und noch einen. Das war ja mal gar kein Problem gerade. Sind jetzt alle weg? Oh, da ist noch einer. So, easy. Das war ganz easy. Treten. Nee, Scheiß. Achso, ich kann die noch besser ausschalten, indem ich die trete. Verstehe. Okay, irgendwer fehlt da gerade. Oh, da kommt noch welche. Oh, fuck. Holy moly. Jetzt warte mal. Hey, zwei plus x, äh, so kann ich ausreiten. bam, Superman punch. So, das nehmen wir gleich mal mit. Das nehmen wir mit. Leider nehmen wir mit. Die latschen wir mal kurz drauf. So, das nehmen wir mit. Ey, klau mir mein Auto nicht, du Arschloch. Oh man, ich würde das Auto haben. Und deswegen war ich hier. Oh, noch einen. So, was bringt der mir hier Schönes? Kein Ding. Kein Ding für den Gypsy King. So. Wieder eingebunden, wird wieder getreten. Nehmen wir den, seine Metalle natürlich auch noch mit. Da bin ich Kumpel. Aua. Arschloch. Kann der gar nicht mit seinem Auto wieder an, oder was? So, der sieht mich vielleicht nicht im hohen Gras, weil ich einen übelsten Ständer habe. Das könnte sein. Stimmt, das Auto ist auf der anderen Straßenseite geparkt. Naja, dann geht's ja. Hm. Scheint mir ein ganz schön tiefer Fluss zu sein. Der ist ganz schön reißend. Ich habe jetzt eigentlich wenig Bock hier wieder aufs Maul zu kriegen. Na, ging. Alles cool. So, gar kein Ding, Freunde. Können wir gleich noch das Auto mitnehmen. Und dann läuft's doch. so, mein Auto. Ab durchs hohe Gras damit. So, jetzt komme ich sogar noch schneller dahin, wo ich hin will. So, 300 Meter, kein Problem. Schön. Jetzt geht's doch wieder voran hier. weiter. 23 Uhr. Aber ich mache noch weiter. wird hier wieder aufgeladen auch schön und wir sind endlich hier nach 5000 spielstunden so liefern zack weizen ist da gar kein thema einfachste mission ever dass ich das noch erleben darf und hier ist wieder glücklich na klar wie habe ich das geschafft das war die einfachste sache überhaupt doch klar sicher sicher übrigens ist mir gerade aufgefallen ich könnte ja an meinem layout da oben stehen doch die live zuschauer ne eigentlich könnten die doch auch damit bei den ganzen statistik dingern da unten links mit stehen oder und damit das nicht wieder passiert haben wir den frachtscanner verbessert sagen wir du wirst gleich angepingt mit dem richtigen timing einfach zurück und neutralisiert ihren impuls mit deinem eigenen sie sind so klug wie zuvor und du kannst sorglos weiter ziehen allerdings ist das timing alles sehr gut hei 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 ja 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 Pflanzen und Ernten mussten. Aber dann haben die Terroristen das Gleichgewicht zerstört. Zu viele Tote, zu viele Krater. Das Wetter ließ sich nicht mehr vorhersagen. Die Vorhersagen des Netzwerks sollten uns wieder auf die Weile hin. Wenn alles nach Plan läuft, können wir expandieren und Zeitregen nutzen, um ganze Landstriche zu kultivieren. Natürlich setzen wir auch unsere Genforschung fort. Vielleicht können wir so bei der Entwicklung eines nachhaltigen Ökosystems helfen. Eventuell finden wir dabei ja sogar etwas über den Zeitregen heraus. Viel vor uns, aber die Herausforderung reizt mich. Danke, Sam. Du hast uns die Hoffnung auf eine bessere Zukunft gegeben. Ich freue mich schon auf die Ernte. So macht man das, Sam. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Die Hälfte des Spiels oder was? Lass sie mal eine an. Du hast die Zeitregenfarm gerade erst ins Netzwerk integriert und schon haben wir neue Aufträge. So kannst du die Rückreise sinnvoll nutzen. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verpflegbar. Weitere Format. Ausrüstung herstellen. Ausrüstung herstellen. Das ist schwerer. Tja, wer weiß, was ich damit machen muss. Blutgranaten. Ne, auch mal noch ein paar mit. Ich habe nur eine dabei. Oha. Oha, enge. So. Das bekommen wir schon noch. Und einen Lastenschweber. Den brauche ich jetzt aber eher auch nicht. Ah, guck mal, die Mentale kann ich eigentlich reintauschen. Ähm, recyceln. Ganz ein Scheiß, den ich hier gerade von den Typen bekommen habe. Alles weg mit dem Kack. Ja. Okay. So weit, so gut. Es läuft. Also ich muss jetzt sowieso wieder zurück. Aber da kann ich ja einiges fahren. So, und wenn ich jetzt ein paar Aufträge gleich annehme. Den zum Beispiel. Die Frage ist, ich glaube, ich muss da sowieso hin. Oder? Wenn ich da eh hin muss, dann kann ich das auch machen. Kann ich mir auf die Auer nehmen. So. Setze ich mich jetzt wieder ins Auto. Ähm, ähm. Ihr macht euch noch über alles lustig. So. Ähm, ähm, ähm. Dann muss ich jetzt eh wieder da hin. Dann passt es doch, dass ich diese Dings auch ausgewählt habe. Na, dann los. Ähm, ähm. Die Straße gibt es da wahrscheinlich nicht. Oh, opala. Kann ich einfach durch die Sperrung fahren. Ja. Oh, hier. Yo, Horizon Zero Dawn ist grüßen. Geil. Einschränkungen aufgehoben. So. Feindliche Pingsen hier. Aber wie mache ich das jetzt? Versuche im selben Augenblick einen Ping zu senden. Achso. Ja, ich mache das. Toll. Oder auch nicht. 19.000 Leute sind schon über die Brücke heran. Ähm, ähm, ähm. Ähm, ähm, ähm. Viecher waren so geil in Horizon auf jeden, ey. Das war richtig nice. Horizon war wirklich ein richtig gutes Spiel. Da kann man nix gegen sagen. Das war ein Top-Game. Ähm, ähm. Boah, Alter. Was ein geiler Wasserfall. Leck mich. Nur schade, dass ich da nicht hinkomme. Scheiße. Wer konnte denn das ahnen? Dass wenn ich hier den Truck einfach mal von der Klippe schmeiße, dass der denn kaputt geht. Wow. Und explodiert. Also das konnte nur keiner wirklich ahnen. Also das war mir jetzt völlig eine Überraschung. Scheiße. Wie komme ich denn jetzt hier rüber? Jetzt habe ich doch wieder komplette Scheiße gebaut. Da oben ist eine Brücke. Ja, toll. Äh, nur bringt mir das auch mal gar nix. Ich muss da irgendwie rüber. Weil da komme ich ja nicht hoch. Och, ne, ey. Ich habe mal wieder extrem Scheiße gemacht. Aber ich weiß nicht, ob ich das... Ne, das schaffe ich niemals darüber. Kapsel steigt. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich jetzt hier wieder irgendwie hinkommen kann. Das ist, glaube ich, der schlechteste Ort, wo ich hätte down gehen können. Weil... Da schwimmen jetzt meine Fracht hin. Okay, aber ich habe ja aus meinen Fehlern gelernt. Und... Easy. Mmh, mmh, mmh. Ah. Alter. Also, ist zwar schön, dass ich mich jetzt wieder zurücksetzen konnte, aber einen besseren Weg habe ich jetzt auch nicht parat. So, was habe ich hier vorhin gekauft? Ein paar mehr Granaten, ne? So, die nehmen wir natürlich auf den Rücken. So. Aufbrechen, ja, aber wir müssen noch die Metalle hier abliefern. Auftrag zugewiesen. Recyceln. Mehrere auswählen, das, das, das. Und das hier auch. So. Die. Laden. Erstmal bestätigen. Morgen kommen Pokémon und Star Wars raus, beide gleichzeitig spielen. Ja. Ähm. Also, wenn morgen kein WWE2Gate20-Patch rauskommt. Dann kann es auch sein, dass ich am... ...die Sonntag Pokémon mal spiele. Okay, hier ist eine Blutgranate zu viel, die ich nicht tragen kann. Toll. Toll. Egal. Dann bleibt es halt hier. So. Das Ding ist halt... Ich habe jetzt hier ein Auto, aber ich habe trotzdem keine Ahnung, welche Strecke ich nehme, um mit meinem Auto dahin zu kommen. Also wahrscheinlich eher die Strecke hier, oder? Die, wie ich hier auch hergekommen bin. Also eher Richtung Wetterstationen. Und dann versuchen, hier diese Brücke zu nehmen. Aber wie komme ich von hier, meiner coolen Schützsitte, dahin. Und von hier... ...muss ich da hin. Na, mal schauen, wie weit ich da komme. Auwala. Bezeihung bitte. Ich muss hier mal durch. Okay. Ich muss bis 18 Uhr warten, bis ich Pokémon spielen kann, ihr Assis. Das ist das Problem, äh, wenn man streamt. Da muss man immer auf den Streamingplan warten. Das ist leider so. Ein Patch gibt es schon. Scheinbar ist die Community auch mit dabei. Wie? Was? 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 Ein Patch gibt es? Seit wann das denn? Patch 1.3, oder was? Mach keinen Scheiß. Dann wechseln wir gleich auf WWE. Abbruch. Ne, jetzt ehrlich? Das will ich sehen. Gib mir einen Beweis. So, siehst du, da komme ich doch schon wieder hier nirgends hoch. In meinem Auto. Ja, doch, da vielleicht. Ja, aber nur weil die Details schon online sind, ist immer noch die Frage, ob der online ist. Machst du eigentlich heute noch Yu-Gi-Ohr-Unboxings? Ne, heute nicht mehr. So, überleg das zu machen, aber eigentlich, ich warte die ganze Zeit noch auf ein Yu-Gi-Ohr-Pack, was laut dem Händler, was eigentlich schon seit 3, 4, 5 Wochen, 6, 7 Wochen raus ist, aber irgendwie bei mir nicht ankam. Und der Händler meinte, er schickt es die Woche raus. Eigentlich würde ich darauf noch warten. Habe keine Ahnung, was da los ist. Steht doch, das ist schon verfügbar. Okay, dann wechseln wir gleich noch auf WWE. Dann will ich zumindest schon mal anfangen, mir ein paar Community-Inhalte runterzuladen. Okay. Cool. Na, dann gibt es gleich ein paar Community-Downloads. Obwohl jetzt die meisten Community-Leute erst mal anfangen müssen, dann ihren Scheiß hochzuladen, jetzt wo es funktioniert. Und ich wollte schlafen, sorry. So, jetzt kann ich... Akku vom Truck ist fast leer. Warte mal, den kann ich doch bestimmt da, bei meiner coolen Schutzhöhle. Kann ich auch den Truck bestimmt aufladen. So, schauen wir mal. Der ist wieder aufgeladen. Ich weiß nicht, ob dieses blinkende Ding jetzt mehr oder weniger wird. Ich habe keine Ahnung. Oder fangen wir mal zu den Wetterstationen. Mal gucken, ob es da... Oh, 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 ich muss gleich schieben. Komm schon, nur noch das Stück. Du schaffst es. Nein! Ey, das ist nicht wahr, ey. Da hätte ich noch hingemusst. Dann hätte es geklappt. Dann hätte ich die ganze Zeit mit meinem Auto weiterfahren können. Jetzt kann ich auch wieder Gravit eingehen. So, da muss ich hin. 1400 Meter. Obwohl, nee, ich gehe auch über die Brücke. Nicht, dass ich wieder meine ganze Fracht verpeile. Bei mir ist noch 1.2. Siehst du? Siehst du? Aber ich kann ja gleich auch so hin und her zappen. Jetzt habe ich mir was cooles überlegt an Giveaways. Weil wenn ich jetzt so viele Spontan-Streams mache, dann kann ich nicht die ganze Zeit jedes Mal ein Giveaway verschenken. Da bin ich ja arm. Nach zwei Wochen. Aber, was ich machen kann, ist Subs verschenken. Das heißt, dass ich jeden Stream, wo das Giveaway erreicht ist, auch einfach Subs verschenken kann. Als Giveaway. Also, ein Monat MGTV ist natürlich schon eine leckere Sache. Und dann bezahle ich im Endeffekt noch weniger als für ein Giveaway. Wenn ich ja die Hälfte wiederbekomme durch Twitch. Und das Ganze auch nur absetzen kann. Und ich gehe am besten doch über die Brücke. Aber warum baut der denn die Brücke so weit da unten? Brauchen die doch da? Das geht doch nicht über die Brücke. Jetzt scheiße ich drauf. Knapp 900 Meter. Das machen wir noch. Also, wechseln gleich das Spiel. Wenn ich da angekommen bin, dann gehe ich wieder in meinen privaten Raum. Speichern wir kurz. Und dann wechseln wir mal in WWE 2K20. Okay. Und teilnehmen denn nur Sub-Only. Dann sprachst du noch mehr. Haha. Ja, das wäre gut. Hier ist zwar ein bisschen Fluss, aber das ist er glaube ich doch nicht. Media Darby. Danke für deinen 500 Rieser-Up. Subs als Giveaway. Nice. Ja, da man ja eh random Subs verschenken kann, braucht man ja nicht irgendwie entern oder so. Kannst du ja einfach rausbringen. So. Bei der machen wir nämlich folgendes. Den spielen wir jetzt, bis wir da sind. Dann verschenke ich einen Sub. Das ist dann das Giveaway von gestern. Und dann hauen wir nochmal WWE 2K20 rein. Gucken nochmal, was da los ist. Und dann... Verschenke ich noch das Sub von heute. Und dann... Sub bei Gutscheinen. Auch nicht schlecht. Tankgutscheine. Das wäre doch mal was. Aber ich müsste mal eher irgendwas verschenken, was man nicht versenden muss. Aber ja, da bin ich auf jeden Fall noch. Guck mal, wir gucken. Dann haben wir noch heute einen lustigen Stream gehabt, oder nicht? Der war so lustig. Haha, war der lustig. Das war der tollste Stream ever. Alter. 400 Kilometer hier. 400 Kilometer, ja. Um geht es in dem Game aus, auch Pakete hin und her zu tragen. Also, ganz genau keine Ahnung. Also, nee, ich muss... Also, ich muss nicht nur Pakete hin und her tragen, sondern ich muss auch alle Leute mit dem WLAN verbinden. Also, alle Leute ans Internet dran kapseln. Überall, wo ich also hingehe... Wir hatten einen lustigen Stream. Ja, glaube ich. Also, überall, wo ich hingehe... Die Leute knüpfe ich ans Netz an. Freuen die sich. Weil sie endlich wieder YouTube-Videos gucken können von mir. Und dann... Geht das immer so weiter. Bis ich komplett Amerika vernetzt habe. Und dann... Ist das Spiel vorbei. So, hier ist der große Fluss. Toll. Aber das ist doch noch ein anderer Fluss, oder? Ja, das ist irgendwas anderes. Mein Aktiv-Skelett macht auch schon das letzte. Das ist natürlich jetzt nicht so nice. Weil... Ich die ganzen Sachen nicht tragen kann, ohne dieses Skelett. Die Frage also... Was kann ich machen? Wenn das jetzt hier gleich den Geist aufgibt. Und zwar jetzt. Okay, es geht noch. Ich habe echt gedacht, er bleibt jetzt stehen. Und mehr geht nicht. Aber warte mal, kann ich nicht hier aufladen? Ist das nicht so ein Auflade-Ding? Ja, Baby! Nice! Akku ist wieder voll aufgeladen. Geil! Endlich mal Glück, ey. Der L-Featuring-Telekom. Ja, so kann man das sagen. Das Stream war urlustig. Ich könnte mir das noch locker zwei Stunden anschauen. Ja, würde ja auch passieren, wenn es jetzt weitergeht. Das hat alles überhaupt keinen Sinn. Der hat gerade gesagt, das hat alles überhaupt keinen Sinn. Hat doch recht. So. Waffen sind während des Aufenthalts lockiert. Kraft geprüft. Vielen Dank. Anzug wird e-kontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam for the Bridges. dann können wir jetzt hier wieder die Mission abgeben so Standardauftrag ist erledigt klar es war easy alles heute das war ironisch hier war noch eine andere Lieferung klar so Aufträge für Sam haben wir auf jeden Fall auch noch jetzt haben wir hier noch einigen Scheiß zum recyceln das machen wir natürlich auch noch so so wie geht das nicht will der nichts davon haben oder was komisch so die Metalle noch weg den Scheiß behalten wir jetzt mal und bestätigen so zu viel Materialien können nicht eingelagert werden was ist also jetzt sein Scheiß Problem nehmen wir nehmen mal die wieder zurück tragen tragen geht das nein geht das ja zumindest ein bisschen was los geworden dann ist ist jetzt die Frage Garage Ausrüstung erstellen dann nehmen wir erstmal die Aufträge an die wir jetzt brauchen 15 Kilo und 1 Kilo Zeitlimit eine 45 Minuten Zeitlimit das brauche ich jetzt nicht annehmen wenn ich das jetzt wieder annehme das ist eh wieder für den Arsch okay warte dann machen wir jetzt erstmal folgendes dann holen wir uns jetzt im privaten Raum aus dann müsst ihr mir im nächsten Livestream müsst ihr mich daran erinnern dass ich die ganzen Dings annehme also die offenen ne ich renne sonst wieder los und weiß nicht wohin weil ich hier keine Mission habe so schlafen ist da alles wieder aufgefüllt schön jetzt mal noch speichern guten Morgen Flugabnahme abgechlossen danke für deine großzügigkeit so hier sind wir System speichern yes gut dann trag mich mal bitte in 2K20 ein dann wechseln wir mal kurz das Gehen so da kann ich ja jetzt easy machen mach jetzt den HDMI Ausgang ändern so und jetzt ist halt die Frage ob es jetzt ein Update gab jetzt ändere ich mal mein Death Stranding Thumbnail zum WI Thumbnail oh wir dürfen mal gucken ob noch ein paar neue Zuschauer dazukommen ich wette das da war jetzt kein Update ich wette das ist für ein Arsch 1.2 es gab kein Update sollte ein Update heute kommen eigentlich sollte es schon raus sein aber ist es nicht naja ich brauche mal wieder eine aktive Online Verbindung daran liegt es ist immer noch Version 1.02 Stand dass man es schon drinnen stand kann man es schon downloaden ah warte nee ich dachte man muss die Dings aktualisieren shop xbox store das ist auch nix auch nix das auch nix das auch nix updates steht das hier vielleicht drin hier finden sie verfügbare Updates für Spiele auf der Xbox nix nada niente nur aus was zu laden nee das funktioniert nicht tja sowie dazu mal für 10 klub für 10 Datei Informationen Update Datei 1.11 das war nicht heute hm es geht noch nicht mal die Updates funktionieren ich starte mal die Konsole komplett neu aber ich denke nicht dass das dass es das bringt hm oder das Update ist auf Freitag festgelegt also 0 Uhr und ich kann es erst in 24 Minuten runterladen weil wie gesagt letztes Mal war das aber ne letztes Mal war das Update kam glaube ich erst 16 Uhr oder so ne Scheiße ich schiebe mir nochmal den Link oder ich gucke nochmal hoch ob ich den Link von dem Update Dings finde ja updatecrazy.com ach worauf du mich hier für komische Seiten schickst deine Update Seite ist einfach mal äh verpackt wie Sau oh jetzt ist er wieder andere Spiele gegangen ich werde einfach mal es gab nie ein Update es gibt doch keins Trollen ist da dann schauen wir mal fix wwe2k20 der Update ist ein Liar immer noch Hotz wo bleibt der neue Patch vor neun Stunden next Patch wann will we release please shit together ok ok es gibt nichts es gibt kein neues Update neu ist da ähm ok save the game save the game ahah hm 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 Opa. Kannst du einfach hier sehen? nö fake news updates and fake news come 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 no you can update kannst du abessen ihr habt geschwindelt das war es komplett aber ich wette ich wette mit euch es kommt heute ein update aber halt erst wieder 16 uhr oder sowas weil wie gesagt vor zwei wochen kam der letzte patch und ja also selbst wenn wir jetzt auf null uhr warten das wird sich bringen beim letzten mal kann er auch nicht nur online deswegen 1.2 kannst du vergessen keine updates für uns schade neue spiele im game pass so subnautica lord of the rings und karten spiel kein mensch braucht das naja soviel dazu naja schade ach so ich würde eigentlich noch ein sub verschenken was denn da los also habt ihr bock auf ein leckeres ab abo verschenken ein abo verschenken und mein abo geht an wer ist der glückliche zwelch drink it in man zwelch ader drink it in mein geschenk an dich zwelch bekommt 30 tage mgtv auf nass ist schon der zweite monat den er bekommen hat also auch jemand der hier ab und zu mal ist das ist natürlich eine schöne sache das auf jeden fall das giveaway für gestern also damit schulde ich euch auf jeden fall noch eins so eben mal gucken wo jetzt die playstation ist gerade eingeschaltet auch ja auch schön glücklicher unter dem wald du bist doch sub so also wir könnten theoretisch jetzt hier weiterspielen aber ich glaube dieses ganze chaos reicht das mal für heute oder ich glaube für heute ist es genug würde ich einfach mal sagen ne ich spiele weiter nein doch ich höre jetzt auf muss noch ein bisschen arrow gucken dann würde ich sagen weiter wissen wir machen ich mache folgendes so moment bist du jetzt bei arrow Staffel 6 oder so so google formulare wir gehen mal in mein mein voting system hier rein denn wir haben ja jetzt ab morgen also ab in einer viertelstunde haben wir ja neue spiele die wir theoretisch mit dazu setzen können 1 euro 3 joachim alter update 1.303 jawohl dankeschön so geht es natürlich auch so warte mal wie mache ich das jetzt hier vielen vielen dank auf jeden fall für den support das ist schon mal sehr nice so wählbare spiele kommt nämlich jetzt dazu pokémon schwert unterm wald 5 monate resub dankeschön schau jetzt ein halbes jahr mach weiter so besonders mit den wwe news vielen dank sehr schön dank für den support und dann haben wir auch noch star wars jedi fallen order was ihr noch wählen könnt und lustigerweise war es das denn auch dieses jahr mit spielen weil im dezember kommt nix weiter raus es kommen keine guten spiele im dezember raus das heißt die spiele die jetzt auf der liste sind sind denn noch erstmal die spiele die wir quasi haben und dann passt das auch so jetzt habe ich bereits gevotet jetzt muss ich mal alle votes löschen okay und dann schau mal okay also ausrufezeichen next in den chat schreiben und ihr könnt wählen was wir für ein spiel am sonntag oder montag spielen falls morgen noch ein wwe patch rauskommt spielen wir am sonntag wwe und ihr könnt jetzt das wählen was wir am montag spielen also montag im regulären stream update 1.04 gleich hinterher prometheus vielen dank für den euro und die 4 cent galer typ vielen dank ähm so wenn wwe kein update hat ist das spiel was ihr jetzt votet ein regulärer stream damit wäre das am sonntag möglich und ja das ist der ganze spaß dann also wert ihr könnt also entscheiden welches spiel wir am sonntag oder am montag spielen ähm wie gesagt ich spiele wwe erst richtig wenn wir äh da ein update hatten ähm ihr könnt aber in der zeit abstimmen so ähm handy gibt bei mir eine fehlermeldung schön naja ist auch geil meint ihr das mit den Votes jetzt ernst website nicht verfügbar aber ich kann nichts dagegen machen wenn die website nicht verfügbar ist weil das ist eine google seite also wenn die seite nicht funktioniert bei euch dann heißt das dass google bei euch nicht funktioniert ist eigentlich hier sofort zu ende gespielt ja habe ich bei mir bei mir leider auch nicht dann geht mal auf den link und geht mal bei eurem handybrowser auf als web version anzeigen weil vielleicht geht es irgendwie nicht mit der handy app quasi mit der handy version aber es könnte sein dass es damit funktioniert ich würde das jetzt eigentlich selbst mal gern testen jetzt muss ich dazu erstmal mein stream kommen wohl warte ich aber mal ein homepage live-style-brot grüße so verbindung zum chat ok verstanden ausrufezeichen next ach ich muss mich erst anmelden kann mal jemand nochmal den next befehl reinhauen so ich probiere das mal mit dem handy so da ist der ich klicke drauf und komme direkt auf die seite wo ich hin muss und dann steht sie haben bereits gevotet ich habe keine ahnung was bei euch los ist aber es funktioniert easy vielleicht liegt es daran dass ihr google den google browser nicht nutzt also dass ihr vielleicht auf dem handy nicht chrome nutzt oder sowas könnte sowas sein ich weiß es nicht was eigentlich mit ghost region breakpoint ach gar nichts da habe ich gar keinen bock drauf so zerrissen in den kritiken eigentlich gar keinen bock drauf sind sie nur was neu die jetzt hieß gekommen oder hast du die nie gespielt beides da gab es mal ein neues jetzt hier vor kurzem erst mit vegeta und so aber ich habe die auch nie weiter gespielt also da kann man auf jeden Fall nochmal nachsetzen aus der twitch app vielleicht nicht keine ahnung also wenn ihr auf martingrero seid martingrero.de seid oder wenn ihr auf mg-live.tv seid wo ihr natürlich meine streams gucken solltet dann passt das aber die meisten Stimmen hat im moment auch immer noch death stranding und ähm die zweitmeisten hat need for speed heat und pokémon ich hätte eigentlich gedacht dass pokémon easy hier abräumt aber gut ihr habt also scheinbar noch bock auf dieses spiel hier weiterhin womit ich ja echt kein problem habe ich spiele das auch weiter solange ihr da wählt dass ihr dieses spiel weiter sehen wollt spielen wir das weiter gar kein problem ja deswegen ähm und wie gesagt ich werde dieses spiel also ihr votet jetzt für die regulären streams ihr votet für montag mittwoch sonntag sonntag im besten fall wwe also votet ihr für montag mittwoch wenn ihr ein anderes spiel votet dann muss ich halt dienstag donnerstag auch noch streams machen und versuchen da irgendwie death stranding zu spielen und daher ja das ist alles möglich äh ich finde das game hammer geil ja also ich auch ich hatte zwar heute probleme aber ich finde es eigentlich auch noch geil ähm death stranding 100% ok pass auf wir machen folgendes ich gehe jetzt aufs klo ich mache jetzt eine 3 minuten pause und gehe aufs klo und wenn wir dann einen neuen champion haben ja einen neuen champion des tages dann mache ich weiter so ok also 3 minuten pause und dann sehen wir weiter und dann sehen wir mal auf его Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na gut, dann machen wir weiter Wenn ihr so wollt, dann machen wir weiter Hilft ja nur alles nix Einer muss ja Weil du heute Nacht nicht auf die Chat geachtet hast Heute Nacht Geht das kann ich das Ganze ein, ich hab' ich bestimmt drungen So, nimm die Aufträge an, das kriegen wir hin So, jetzt die dringenden Aufsträger Ja, das ist fast beieinander, das kriegen wir hin Ich nehm' 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 das jetzt mal lieber hier mit Ähm' ich seh'n mal die Stiefel aus, gehen noch voll klar Knarre ist da, auch noch 8 Granaten Ich schock mal immer so auf, dass ich 10 habe So, wollen wir ein Motorrad mitnehmen? Ja, wollen wir Bitte Dann machen wir das Toll Das ist jetzt ein bisschen zu spät Ich mir gerade eins gekauft hab So Jetzt müsst ihr natürlich Okay, ja, Death Stranding wieder zurückgeändert Sehr gut Ihr denkt mit So muss er sein Jetzt ist meine Hand eingeschlafen Das ist schon wieder masturbiert Oder irgendwas So, der Turm wird immer höher Und wir benutzen unser Fahrzeug Und da wir jetzt ein Zeitlimit haben Von der Dreivoltstunde Sollten wir vielleicht mit dieser Mission dann anfangen Hängende Markierungen Dann kann sie weg Hier und entfernen Noch eine Weg damit So Das ist falsch Und fahren das mal raus So Ähm Dann kann sie nicht verüben Ich kann mich nur bis hier Worum geht das Bitte Abstand Bitte Abstand vom vorgesehenen Konstruktionsbereich Nice Nice Brücke ist da Brücke ist da Brücke ist da Hier ist eine Scheinze Hier ist eine Scheinze Gar kein Problem Gar kein Problem Ich muss trotzdem wissen wo ich lang muss Geil Nochmal 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 Nein Fuck Oh ne Aus der Schlucht Aus der Schlucht komme ich nie wieder raus Ich komme da nie wieder raus Bitte bleibt da oben stehen Bitte Bitte Ja okay Scheiß auf das Moped Bitte lassen mich eine Leiter dabei haben Ich habe eine Leiter dabei Puh Das hat einmal eine dumme Scheiße funktioniert Und ich mache gleich so einen Kack wieder Alter ey Nein Es hört aber auch nicht auf heute scheiße zu sein Es hört einfach nicht auf Ich habe gerade wieder gedacht Alter geil Endlich funktioniert mal was Ich habe so ein Glück Dass ich da hängen geblieben bin Dass ich da meine Leiter aufgestellt habe Und was habe ich Wie Glück Glück Ich glaube nicht mein Freund Glück hat hier Gar nichts verloren Na toll Wie komme ich denn jetzt wieder raus ey Wie komme ich hier wieder raus So mal auf die Map gucken Ach du Scheiße Ich fahre so nah dran Ich in die andere Richtung gehe Nee Keine Ahnung ob ich überhaupt wieder raus komme Ich habe es kommen sehen Also ich habe es auch kommen sehen Aber ich habe gedacht Nein Es klappt Es klappt Und übrigens Eine Leiter habe ich jetzt auch nicht mehr Die hängt da nämlich immer noch Wie komme ich jetzt hier wieder raus Okay Okay Ich komme hier wieder raus Mein Motorrad ist zwar verloren Aber ich bin es nicht Yeah Schwein gehabt Natürlich nicht wirklich Schwein gehabt Natürlich alles mal wieder scheiße laufen Aber naja Nicht dass Nicht dass ich nicht hätte damit schon rechnen können Kann ich sagen Dass mal was anständig Und einfach ist Und einfach auch funktioniert Das kann einfach nicht sein Jetzt wieder jemand hier Auf dem Mars oder was Okay Das ist auf jeden Fall der Schottplatz Wo ich hier sowieso hin muss Passt also Kata ist gerade aus dem Zimmer gestorben Weil ich so laut lachen musste Ja wieder gut lachen Und wisst ihr was das Schlimmste daran ist Dieses Stream von heute Sehen jetzt gerade 51 Menschen Und das war's Vielleicht nochmal 50 über den Gaming Kanal Und das war's So Weil einfach niemand Best aus meinen Lästen schneidet Oder sagen wir mal Wenn niemand gute Best aus meinen Lästen schneidet Das haben sich halt immer mal schon ein paar Leute gemeldet Die das machen wollten Aber das war meistens nicht so Stark Krügerig Eigentlich wollte ich schon nichts aufhören Aber ich werde hier gezwungen Wie so ein Tanzender Clown Zucht werden Wie auch immer Einfach weiter zu streamen Okay Meine kleine ist lange fort Nur wegen dieser Terroristen Spinner Und ihren Freunden Mein verdammten Fragile Express Ganz zu schweigen von den Bridgespissern Die unbedingt ins Vespennest sprechen mussten Wie dem auch sei Zeig mal die Ware Du bist früh dran Wie es sein soll Ist ja schließlich dein Job, was? Genau Nein Für mich Weil ihr voten alle nicht einen dort besser als die Terroristen Und du wirst mich nicht vom Gegenteil überzeugen können Also nimm dein Cupid und verpisse dich Neue Typ Also schön Ich schätze, wenn wir ihn auf unsere Seite bringen wollen Müssen wir herausfinden, was wirklich mit dieser Frau im Hologram passiert ist Er glaubt wohl, sie sei beim Angriff ums Leben gekommen Aber in South North Cities Aufzeichnungen gibt es keine Sterbeurkunde Für eine auf ihre Beschreibung passende Frau Weshalb ich Fragile um Hilfe gebeten habe Hey Sam Ich habe auf gut Glück Meine alte Kundendatenbank Nach unserer mysteriösen Frau durchforstet Und weißt du was Es gab einen ziemlich guten Treffer Gesicht und Stimme passen Sie lebt noch Unser Schrotthändler trauert ohne Grund Ich bezweifle aber, dass er auf das glaubt Also du musst jetzt Das Mädchen finden oder was? Vermutlich versucht er uns zu testen Sieh vielleicht mal am Liefertermine nach, was er möchte Gute Arbeit Neuer Auftragsatz Trigger nehmen Alte Teile 110 Kilo Du bist doch nicht mehr ganz dicht, Junge Na toll Was soll ich denn den Scheiß schleppen? Sammeln mindestens 60 Kilo alte Teile Achso Null von 110 Kilo Das ist 60 Nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden Okay, stark Okay Jetzt soll ich noch sammeln gehen Oder was? Ganz zufällig Liegt hier ein bisschen was rum Könnte das sein, dass Der das meinte? Wenn das jetzt wirklich alles ist Dann lache ich mich tot, alter Guten Tag Oh, 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 oh Hoppala, hoppala, hoppala Oh, scheiße Ich hab's dir einfach hingelegt, okay? Ich hab's dir einfach hingelegt Aber das ist auch okay für dich Okay, ich... Ich hätte jetzt gedacht, äh, dass das wäre Aber es ist nichts davon Verlorene Fracht Hä? Nichts davon gehört zu der Mission, die ich jetzt mache? Was soll ich denn mit dem Scheiß? Warum liegen die hier rum? Hä? Aber es sind doch alte Teile Hm Können wir den ganzen Scheiß hier lassen? Kontamierte sollte am Grund eines Kratersees entsorgt werden Ich hab' ja wohl komplett Langeweile Oder was? Den ganzen Müll soll ich jetzt entsorgen? Ich glaub's wohl Was hast du denn? Tablet Auch schön So, dass wir ja den anderen Typ haben Schön Okay, warum ist schon mal ein bisschen was? So, einsammeln Na bitte Okay Okay, das ist ein Speicher Den wollte der Typ nicht haben Aber das wäre doch jetzt wirklich zu einfach gewesen Aber was will ich denn ja sonst haben? Hm Nichts, um aufzusteigen Verarschst mich doch Halte Zeitschriften Moment, wie meint das jetzt? Also Lass den Schweber Abladen So Jetzt bringe ich das Aneinander verbinden Und jetzt X Leck mich Alter, das Ding ist scheiße schwer Zu steuern Ich liebe dieses Spiel Das ist ja schön Wo muss ich denn generell hin? Da Da muss ich hin So So Wir probieren es nochmal Aufschweber steigen Vorwärts Bremsen Absteigen Links Vorwärts treten Aber der Der fährt doch an sich Schon alleine Guck mal hier Toll Richtig toll Nochmal Also quasi wie ein Skateboard Oder was Das Ding ist Unscheiße Guck dir das mal an Alter Mal fährt es vorwärts Mal zurück Groben fährt es aber ja auch nicht Das ist das dümmste Was ich je gesehen habe Das ist ja Das ist ja wieder mal ein Feature Was kein Mensch braucht Das funktioniert einfach mal Überhaupt nicht Fühlt sich noch an die Hoverboards Zurück in die Zukunft erinnert Ja Das soll es wahrscheinlich sein Aber Wo finde ich jetzt generell Diese 60 Kilo Die ich da abliefern muss Ich wette mit euch Das ist das Kann nicht sein Dass direkt neben der Mission So viel Schrott liegt Und wie Schrott Und die Mission ist Jo Bring mir mal 60 Kilo Schrott Und dann machst du das Und du sagst Nö Also das will ich Also das will ja wohl Keinen haben oder was So Jetzt steige ich da wieder drauf Guck mal Der fährt rückwärts Ach du Scheiße Ey Das ist so ein Scheiß Das ist so kacke Kannst du voll essen Das sind wieder Features Die mehr stören Als alles andere Das sind wieder an Zu regnen Ein bisschen beeilen hier Okay Eine heiße Quelle Das will ich So Komme ich hier irgendwo lang Ja Guck mal Wir machen den mal Und da ab Lösen Und aufnehmen Naja Du bist jetzt mal Ein Einschlafstream Oh Vanni Oh Da kann ich dich Lieber Von abraten Kann ich dich Lieber von abraten Da kann ich eigentlich Nur von abraten Weil meistens Fange ich hier Laut an zu weinen Und rumzuschreien Wie ein Mädchen Von daher Ich kann meistens Nicht sagen Dass meine Streams Für Einschlafstreams Wirklich gut Funktionieren Gerade heute Wo hier mehr Schief läuft Als es funktioniert Ist immer schwierig Was haben wir denn hier Was haben wir denn hier Was haben wir denn hier Lieferung? Wirklich? Hört mal der Maul, Alter. Naja, gut, ist voll grinsfertig. So, tak, 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 tak. Ich probiere es mal aus, aber nur das Netzwerk. Die Ozean sind eine andere Sache. Mir egal. Du kannst mich doch anschließen. Na schön, dann mal los. So. So weit, so gut. Okay, jo, tausend Sachen, alles schön. Mit dem lieber Typ irgendwas. Interessant. Über den OCR-Beitritt mache ich mir später Gedanken. Ich habe hier etwas für dich. Jetzt kommt es. Eine Sonnenbrille. Klischee erfüllt. Mach's gut. Standardaufträge. Nein, bringen mir nicht viel. Gar kein Bock. Alter, was? 522 Kilo? Soll ich da hinschleppen? Das kriege ich noch nie. Wie soll das gehen? Hier, der Bot kann was machen. Setze autonomen Lieferbord ein. Okay, der hat Spaß. Dann jetzt natürlich die Frage. Wie kann ich denen seine verschissene Mission machen? Sammeln, Ruinen von Dings. Also der Schrotthändler will, dass sich in den Ruinen, die wo auch immer sind. Ach, die da sind. Das erklärt einiges. Das ist ein ganz anderer Weg. Sag das doch. Warum hat der, warum hat man hier eine Brücke gebaut? Was hatte das für einen Sinn? Hier eine Brücke ins Zimmer. Ja, wo du kommst schneller aus dem steiligen Areal raus. Das ist ja vermutlich. Na gut, auf jeden Fall ist das easy, da hinzukommen. Siebenrücken musst du gehen, ja. So ein bisschen. Hier geht er ab, Alter. Straße, sag ich dir. Guck mal, wie der rennt. Wenn hier mal kein Stein im Weg liegt. Schnell als mit dem Moped, Alter. Oh, scheiße. Jetzt regnet es wieder. Aber da ist ja zum Glück so ein Unterstand. Das ist ja zum Glück so ein Unterstand. Das ist ja zum Glück. Und da ist ja zum Glück. Danke schön. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. So, die Brücke macht Sinn hier. Oh. Fast noch hier die Brücke runtergeflogen. So, wenn ich jetzt hier auf der anderen Seite bin, dann werde ich erstmal den Anzug wieder aufladen. Geht gar nicht, wa? Na toll. Wo muss ich hin und da hängen? Aber krass, wie schneller der sich bewegt, wenn er einfach auf dem Weg ist. Mit dem stinknormalen Weg. Kann man die Sonnenbrille aufsetzen? Ach. Yo. Krasser Typ. Mütze noch dazu? Yeah. Wow. Ich habe in der ganzen Welt, solange ich das spiele, zwei Gegenstände zum Tragen gefunden. Zwei Stück. Das lohnt sich doch, das Feature, oder? 500 Meter. Jetzt wäre es 0 Uhr. Es kann ja mal jemand gucken, ob es jetzt ein WWE-Patch gibt. Aber ich denke nicht. Ich glaube, die ganze Patch-Geschichte war ein Troll. Wenn schon auf der Homepage, wo was zu dem Patch steht, wenn das schon, wenn die Homepage schon voll lovieren ist... Das ist ja so kompletter Troll-Kram. Hä? Okay. Die Ruinen sind da. Ja. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Wäre auch sonst so einfach. Das ist eine krasse, verlassene Stadt hier, ey. Hier haben wir noch 1.2, ja. Ja, das wird auch... Das wird auch so bleiben. Weil, wie gesagt, so 16 Uhr, glaube ich, war der vor zwei Wochen. Da könnte man nochmal reingucken. Warum hast du deinen Urlaub abgebrochen? Ähm, guck mal dir den Stream an, den ich am... Am gestern gemacht habe. Da habe ich dir das alles ausführlich erzählt. Und eigentlich sollte der Stream... Die Verlinkung zum Stream auch im Livestream... Äh, in meinem heutigen Video... In der Videobeschreibung stehen. Aber da weiß ich nicht, ob das geklappt hat. So, die sind hier wieder irgendwelche Scheißviecher. So, warte, wir nehmen gleich mal hier unsere Granaten auf. So, wie komme ich da rein? Gar nicht. Alte Teile, alte Teile, alte Teile, alte Teile. Sehr gut. Und da sind auch schon so eine Viecher. So, dann verschwinden wir mal lieber. 110 Kilo alte Teile will der haben, ne? Zumindest 60 mindestens. Alter, das ist jetzt hier übelst die Geisterstadt, ey. Boah, Alter. Drei Stück. Vier, Alter. Zwei sind schon mal weg. Boah, ey, wie viele sind denn hier? Scheiße. Okay, das ist gar nicht gut. Aber das ist überall hier verteilt, ey. Scheiße. Mal, dass wir das hier ein bisschen aufsammeln können. Forderliches Mindestgewicht, 60 Kilo. Noch 10. Aber hier auch so eine alte Stadt zu finden, das ist natürlich auch geil. Mach auch noch mal eine ganze Menge her. Oh, da sind sie. Wo ist der? Okay, 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 ganz ruhig. 20 Kilo. Das könnte... Könnte das jetzt reichen? 50, scheiße. Noch noch irgendwo 10 Kilo. Oh, fuck, der ist einer. Wo muss ich denn jetzt generell wieder zurück? Ist das nicht auch die Zurückrichtung? Ja, so ungefähr, ne? Dann gehe ich jetzt einfach wieder zurück und nehme das mit, was ich dann noch kriegen kann. Ach, direkt hier links soll das liegen. Scheiße. Oh, ist egal, der hilft mich nicht. So, 70 Kilo. Oh, fuck. Da ist ein Wecker. So, dann können wir das ablegen und hier sind noch drei. Die Frage ist, soll ich jetzt alles einsammeln? Also, theoretisch könnte ich noch. Ich kann noch 120 Kilo tragen. Und... Noch geht hier was. Aber scheiß drauf, oder? Da ist noch was. Nehme ich da so mit beim rausgehen. Oh, wo muss ich denn hin? Da hin. Ziel. Ah, okay, dann machen wir was. Und ab. Das ist mich all jarnisch. Ähm. Ich gehe mal lieber. Zwei Dosen Energy waren, glaube ich, zu viel für heute. Also, Herzschmerz, oder was? Äh. 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 Du hast zu viel Blut verloren und bist völlig entkräftet. War da was? Gib dir eine Bluttransfusion oder ruhe dich aus, bevor du umkippst. Ich glaube, da war eins. Ich glaube, ich habe es nicht erwischt. Äh. Tatsache, ich habe gar nicht mehr so viel Energie. Ach so, Moment mal. Ich glaube, die Granaten, die ich durch die Gegend schmeiße, da ist mein Blut drin. Das heißt, je mehr ich durch die Gegend schmeiße, desto mehr geht auch meine Gesundheit drauf. Okay, Ausdauer kann ich mit Energy Drinks füllen, aber... Den ganzen anderen Scheiß nicht. Okay, also unendlich viele Blutgranaten durch die Gegend zu werfen, kann auch nach hinten losgehen. Wer hätte das gedacht? Ich bin noch voll aufgedreht, okay. So, gut. Auf geht's. Aber ich habe, glaube ich, gar keine Blutbeutel. Leben musst du mit Blutbeutel auffüllen. Aber ich glaube, ich habe gar keine. Hier sind nur die ganze Zeit Blutgranaten, Blutgranaten, davon habe ich richtig viele. Deswegen steht da auch 301 von 1000 Milliliter. Schön, dass ich so viele davon habe, aber... Ja, ich habe hier nicht unbedingt Blut. Wenn ich das hier esse, bringt mir das was? Ja, das bringt mir was. Sehr gut. Dann muss ich davon mal mehr holen. Ich überlege gerade, ob ich so ein bisschen was wieder auf diesen komischen Anhänger verfrachte. Oder ob das Laufen nicht die bessere Lösung ist. Ich glaube, das ist besser, oder? So, und zwar hauen wir den weg. Dann können wir diese ganzen Teile auf den Schwäber laden. So. Genau. Dann können wir mal das befestigen. Und auf geht's. Ich weiß nicht genug Gewicht. Ja, gut. Der sieht jetzt nicht, dass ich die eigentlich da habe. Hoppala. Ein schöner Rutschi. Macht aber wieder so ein Krypto-Dings, was ich essen kann. Na ja. Na ja. Es läuft auf jeden Fall. Na bitte. Guck mal. Da ist doch schon ein Schrottplatz, oder? Ja. So, hier sind wieder so eine Dinger. Zack. Rinn in Schlund. Und dann... Passt das. Passt das. Wie schön sind die Arten, ey. Schrott-Händler, da ist er. Ich hab Schrott für dich. Du dummer Wichser. So viel Schrott hat noch keiner gesehen. Okay. So. Lieferen, lieferen. Alle Teile da. Ja. Ja? Na, los. Scheiß drauf. was kann sie selbst holen da ist alles safe da ist nix mehr da findest du das spiel ich find's geil ich hatte zwar heute meine kleinen probleme aber im groben und ganzen ist das echt ein geiles spiel der schönen zauberern pasche auf man überlegt dass du in der ganzen welt die ganze zeit eigentlich nur ein hologramm in berührung bis und nur diese alte da die ab und zu mal bei dir duscht das ist die einzige die da noch irgendwie was macht kann jetzt hier mal fertig werden danke klar oder viel blut das ist mehr als befordert nicht schlecht mhm wieso weißt du die ruinen bei denen du warst wären keine wenn uns fragile nicht verarscht hätte und bridges auch dieses ganze gerede vom wiederaufbau des landes hetzt die leute auf ohne euch wäre meine kleine noch am leben sie war dort die leute auch noch der idiot sie war bereits tot eure dicken er irrt sich sie ist in einem bunker südöstlich der ruin sie sitzt in einem bunker wenn er nicht rauskommt dann ist es ja egal wen er über die leitung anbrüllt und wahrscheinlich reagiert er sich lieber an mir ab besser ist er auch ja und das soll ich einfach so glauben nein nach allem was sie getan hat ja und nein hier müsstest du weisen und da gibt es nur eine möglichkeit ich gebe dir was dass du dieser frau bringst die du gefunden hast wenn sie sagt dass es ihr gehört bringst du sie zu mir nimm auch das hier mit dieses skelett verbessert deine standfestigkeit und deine mobilität nice ich gebe dir das nur weil ich absolut sicher gehen will dass du diese lieferung abschließt wenn meine kleine noch lebt und deine fracht sieht wird sie wollen dass du sie hierherbringst wenn du gut zu mir bist bin ich gut zu dir okay der auftrag ist online sie auf dem liefert so nehmen wir das wahrscheinlich dieses komische uhrglas genau das ding laut schrotthändler ist das virale stundenglas äußerst zerbrechlich na toll solche fracht solltest du am besten in der hand tragen na super keine gute idee sage ich wie es ist keine gute idee das ist schön es verstärkt die muskelbewegung und lässt dich so schneller vorankommen wenn du dich richtig beeilen musst kannst du es auch boosten aber dann leert sich der akku ebenso schnell wie du vorankommst dass er so etwas aus schrott gebaut hat so ein talent sollte man nicht verkümmern lassen ähm ausrüsten okay aufrichten kann ich den stream von gestern anschauen cat hast du den link in die video beschreibung gepackt wahrscheinlich nicht wa so sollen die leute ja nicht fragen ähm einfach oben auf videos klicken scheiße jetzt habe ich hier so viel müll liegen einfach oben auf videos klicken und dann und dann äh oh und dann auf den stream von gestern klicken so wo muss die scheiße hin wahrscheinlich ist das wieder ewig weit weg äh eh eigene markierung eigene markierung dahin 845 m muss ich die ganze zeit r gedrückt halten damit er die nicht loslässt natürlich auch wieder ein cooles system dass ich halt die ganze zeit den rechten knopf gedrückt halten muss damit der typ halt auch den ne den koffer in der rechten hand nicht loslässt ist schon nett natürlich regnet es jetzt ja sicher und das was ich jetzt trage ist das schnellere ding oder was boah alter der geht ja ab wie die sau alter alter na toll und na klar kommen jetzt auch diese viecher das ist klar kann natürlich nicht einfach nur so easy sein kann ich ihn scheiße nicht einfach auf mein komisches gefährter legen der ist doch immer gerade so wo sind diese scheiß viecher wieso sehe ich die nicht mehr das verstehe ich nicht jetzt reagiert er hier ein bisschen über so da haben wir einen der möchte natürlich jetzt weg das muss ich den koffer abstellen und mir jetzt hier eine granate holen und den typen damit beschmeißen so das war schon mal einmal überragende wurfleistung meinerseits natürlich seinesgleichen sucht so weiter geht's weiter geht's ok hier muss schmühler irgendwo auch sein ja kann ich aber auch drum rum gehen alles easy alles cool scheiße das fies direkt da oh oh nein 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 oh nee alter Physikengine ist da sag ich nur ich stand am hangen und hab das ding losgelassen der koffer sonst wo in die flogen oh scheiße boah ey nee jetzt hab ich keinen Bock mehr das das reicht mir jetzt schon wieder komplett wie sollte ich denn das jetzt machen oh ey gar kein Bock wahrscheinlich muss ich alles wieder machen wie eben ne auftrag hab ich schon angenommen scheinbar ja und da steht die kacke jetzt da drauf steige das kann doch nicht gut enden ähm ich kann den nicht lösen ups so ich will das ding gerne lösen und aufnehmen scheiße ey alter wenn ich laufe dann geht das richtig auf die pumpe das heißt dieser Anzug ist eigentlich gar nicht so geil ja guck mal der zieht ab wie Sau Moment mal wo geh ich denn jetzt gerade hin ich geh doch schon wieder in eine komplett falsche Richtung oh nee da muss ich doch hin wo wurde ich denn jetzt da hingelotzt scheiß Teil das ist immer weil du überall diese kack Dinger da hinsetzt so jetzt da link ist in der Videobeschreibung und hier muss ich meinen Fehler ja na gut so vielleicht war das sogar gar nicht so schlecht wenn ich von der Seite komme vielleicht bringt sie irgendwas so jetzt geht es wieder ab so jetzt geht es wieder ab so gleiches Problem wie eben ich stehe am Hang und komme hier nicht weiter also schon mal scheiße okay jetzt bin ich außen rum gegangen okay hat funktioniert okay easy er rennt aber wie eine 1 tja so einfach kann es gehen einfach mal ein Stück außen rum rennen schon ist alles schön vielleicht doch auf das Schwebending legen Akku leer fuck ähm darf ich ja nicht gibt es irgendwas was ich machen kann damit ich das direkt aufladen kann muss ich so einen Turm bauen oder naja ich habe jetzt gar keinen Bock drauf bauen ist nicht so meins hier ich bin hier gleich da aber ich bin auch glaube ich so schneller oder auch ohne die Energie aus den Dings der geht ganz schön ab guck mal ich kann doch den Bunker schon sehen das ist doch gar kein Problem ich hoffe nur dass ich die alte jetzt nicht da hinschleppen muss kommt die auch in so eine Kiste und dann kann ich die da auch noch hinbringen oder geht die alleine zum Schrottplatz weil das ja auch so sicher ist solche Gegenden zu rennen so das müsste eigentlich wenn ich jetzt hier bin meinen Akku wieder aufladen und auch nicht liefern angeforderte Bracht yes zack läuft doch doch ist ein kleines Atombombchen mein Gott dass ich die noch mal wieder sehe lass sie mich mal ansehen oh unglaublich nicht ein einziger Katzer ich kann dir nicht genug danken und kommt die jetzt nun zu ihrem Vater oder was also bin ich jetzt mit dem viralen Netzwerk verbunden fantastisch ich bin froh zu der OCR zu gehören fit so das nächste Ding erreicht Antigide Handfeuerwaffe geil klar okay nimm mich mit bitte ich muss ihn noch mal sehen ich habe das hier für ihn gemacht als die Terroristen angriffen sind meine Mutter und ich gerade so mit unserem Leben davon gekommen danach wollte ich ihn finden wirklich nur wonach hätte ich suchen sollen Schrottplatz Vater Schrotthändler maybe nie nie sicherlich nicht für eine halbe Stunde gab es da sicherlich mal ein Mögen dass sie dafür sogar lügen würde als sie sagte er sei tot glaubte ich ihr bis ich diese Nachricht hörte er ist es er ist es wirklich wie kriege ich die jetzt in meine Kiste ich hätte niemals aufgeben dürfen kann ich mir die auch auf den Rücken schnallen wusste ich dass er irgendwo dort draußen ist doch ich konnte meine Mutter nicht allein lassen also versuchte ich mich damit abzufinden aber es ging nicht in die Kiste bis ich das transportieren kann ich hing in der Vergangenheit fest unabänderlich bring mich zu ihm ich flehe dich an ich bin bereit sofort wenn du willst sag dass du mich mitnimmst jetzt bin ich spannend wie man das macht sie geht weg ich nehme dich jetzt mit los komm was ist denn jetzt hier los paar Flaschen Wein paar K.O. Tropfen schon hast du dich vergesst Auftrag für Sam Sporthändler yes gut auf geht's GD Handfeuerwaffe die Blutkugeln also mit deinem eigenen blutgeladenen Geschosse verschießt damit kannst du GDs denen du Begegnissen zusetzen die Waffe zapft dir oder einem mitgeführten Beutel Blut ab und befüllt damit ihre Magazine deswegen desto mehr Blut wird in die nächste Patrone geladen deswegen verliere ich gerade meine Energie so wird auch das getroffene GD mehr Schaden nehmen aber saug dich nicht aus Versehen leer okay cool dann nehmen wir mal zwei Blutbeutel mit kann ja nicht schaden also langsam gehen meine Stiefel auch in den Arsch genau noch das haben wir noch gut auf geht's auf den Rücken damit Blutbeutel auf den Rücken damit Blutbeutel auf den Rücken damit Schuhe kommen wir anziehen Handfeuerwaffe auf den Rücken damit guck dir das an Alter ich sag's dir ich muss den Menschen hin und her schleppen ich glaub's nicht Frachtgrenze erreicht Übersicht wird abgeladen nein Alter guck dir das an wieso kann ich jetzt nur 130 Kilo schleppen boah Alter guck dir das an mein ganzer Scheiß ist hier ne das kann ich jetzt nicht machen mal ehrlich jetzt Geschwindigkeitsskelett ausgerüstet ausgerüstet dann muss ich mal ein anderes Skelett ausrüsten hier Kraftskelett ausrüsten jo nix gebracht hä ausgerüstet Kraftskelett ich kann trotzdem nicht mehr tragen hä wieso verstehe ich gerade nicht Schwebernamen höh höh Ich habe mir gleich noch einen Schweber und dann haue ich da den ganzen anderen Scheiß drauf. Oder? Schön am Stapeln hier. Okay, das kann weiter hinweg. Rauchgranate braucht keiner. Hm. Das Ding muss ich irgendwie noch anders machen. Werkzeug halt rumhängen. Die Glückgabe-Warte passt ja noch auf den Schweber. Gut. Okay. Jetzt passt es. Jetzt haben wir alles passend gemacht hier. Ja, man kann zwei Schweber gleichzeitig mit sich führen. Trotzdem ist das ein bisschen creepy. Schön in den Sack stecken. So, macht das Spaß. Macht das. Und dann wieder in die Verbrennungsanlage, oder? War doch so, ja. Oder? Das war meine Mission. Irgendwie sowas in der Art. Macht's. Tatsache, die sitzt jetzt da. Eiskalt, ey. Guck dir das an hier. Schweber befestigen. Yes. Zack. So, Kinders. Auf geht's. Das war eine lüschige Reise. So, das Problem ist nur jetzt... Ähm... Das Problem ist nur jetzt... Ähm... Wie? Wie? Kann ich hier... Kriege ich wieder neue Energie? Aber da unten ist noch was. Weil ich bin wirklich ein bisschen verwirrt, warum ich... hier in der Nähe, denke ich. Warum ich nicht wieder... 250 Kilo tragen kann? Warum das... irgendwie nicht funktioniert hat? Warum nimmst du kein Moped? Äh... Ich glaube, das... Ich glaube, das hätte nicht viel gemacht. Akku leer. Lade den Akku auf. Äh... Mit Chiralium-Kontaminierten Abfall entsorgen. Und auf Leichen. Äh... Material bringt mir jetzt gerade nix. Recyceln. Bringt mir jetzt auch gerade nix. Garage. Wir gucken mal, ob's geht. Achso, scheiße. Ja gut, äh... Oh, jetzt liegt da wieder alles rum. Oh, jetzt sind die Straßen. Siehst du die Spuren, die du hinterlässt? Sie erzählen eine Geschichte. Tja. Ein Spion würde dir das zum Verhängnis werden. Aber das bist du nicht. Also sei schau zu... Was mache ich mit dem Schweber? Sie zeugen von deiner Existenz. Hinterlasse es... Kann ich die ganzen Sachen, die auf dem Schweber sind, aufs, äh... Motorrad bauen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da kann ich so gut wie gar nix drauf machen. Ja, Lade aus Motorrad. Blutgranate 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 aus Motorrad. und schon geht es nicht mehr. Blutbeutel aus dem Motorrad. Tja. Brauchst noch einen Anhänger für den Moped? Ja, auf jeden, aber... So. Damit hat sich das Moped-System erledigt. Und dann auf den Schwerer machen wir mit. Gut. Nee, ich kann den Schwerer nicht als Moped anbinden. Das ist ja das, was ich auch nicht so ganz verstehe. Indem du das Netzwerk erweiterst und deinen Landsleuten hilfst, stärkst du die Bande zwischen uns allen und bahnst einen Weg, dem sie folgen können. Fahrzeug benutzen oder Schwerbar befestigen. Geht nicht. Tja, dann müssen wir wohl oder übel zu Fuß gehen. Aber wie kriege ich Energie? Also ich könnte ja so ein Ding aufbauen, aber da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. vielleicht wäre es sogar besser, die gleiche Route zu nehmen, wie ich hergekommen bin. Also auch lieber außenrum. Das ist vielleicht gar nicht so dumm. Das wird ein langer Marsch. Auch nicht länger als die anderen Märsche, die wir jetzt hier schon hatten. Was ich nur nicht verstehe, ist... Doch, hier ist die GD-Handfeuerwaffe. Die brauche ich natürlich. Und dann ist halt die Frage, wie viel muss da rein? Jetzt gibt es hier eine Mucke. Wie viel muss da rein? Bevor ich einen GD töte. Weil bei der Granate weiß ich Bescheid. Ein so eine Granate und alles cool. Aber... Ja... Dazwischen ist halt das Problem. Ein Wachturm. Der bringt mir, glaube ich, auch nichts, ne? Ich brauche irgendwas, was meine Energie da auflädt. Deswegen funktionieren meine Beine wahrscheinlich auch gar nicht. Also diese Dings. Weil da keine Energie drin ist. Kannst du immer am hohen Punkt aus beobachten. Toll. Das ist doch auch für den Arsch. Wir hoffen einfach mal, dass es nicht regnet, okay? Es hat gerade angefangen zu regnen, oder? Ja. Na klar. Wenn sie kaputt geht, Reparaturspray? Ich glaube, ja. Ausdauer wiederhergestellt. Cool. Und schon geht das Chaos los. Jetzt mit der alten auf dem Rücken. Das wird jetzt ein Spaß. Jetzt mit der Alsch. Aber ich nehme nur noch schön ab. Wir besch aumenten sich ja auch. Okay, alles ist noch gut. Ich habe mir vor mir eins angezeigt. So, da ist Arma. Das war's, ja? Oder? Ja. Das hat das Problem. Ich weiß nicht, wie viel ich dafür brauche. Bevor die Toads sind. Okay, die Handvollerwaffe ist irgendwie nicht so geil. Und wer kommt da? Hm, okay. Man kann damit schon besser zielen, aber... Es ist halt schwieriger einzuschätzen, wie viel man da braucht. Und da Blut nicht so unendlich viel am Start ist, muss man halt ein bisschen aufpassen. So, ein Körper ist auch mal schnell leer gesaugt. Hier ist einer. Ich glaube, wenn der Kreis rot wird, dann kann ich abdrücken. Da ist noch einer. Oh, fuck. Das hat noch nicht gereicht. Jetzt aber. Naja. Oh, 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 Freunde. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Shit, 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 shit. Ich rutsche. Ich rutsche. Oh, oh. Okay, 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 okay. Boah, wir sind hier gerade ein bisschen zu viele. Alle ein Stück hinter mir. Okay, alles cool. Ich bin mitten im Gebiet, Alter. Okay, da ist einer. Okay. Okay, das war's, glaube ich. Ich glaube, das war's. Okay. Schön durch den Schlamm hier. So, ich glaube, das war's. Puh, Energy trinken. Ich glaube, das bringt nichts aktuell, weil Energy gibt mir keine Gesundheit. Aber diese Dinger hier geben mir Gesundheit. Diese Teile sind hier richtig. Energy gibt mir nur Ausdauer. So, erledigt. Wir sind gleich da. Hypophyse. Zehn Monate Reserve. Ich danke dir. Grüße gehen auf jeden Fall raus. So. So. Na dann. Ein Wiedersehen. Unter Tränen. Ich hab da eine Fracht. Die kannst du, glaube ich, hier brauchen. Ist ein Mensch. Kannst du machen, was du willst. Bist du verletzt? Ja. Ja. Danke, Bridges. Unglaublich, dass du lebst. Das ist mein Spruch, Sömerchen. Ich dachte, du wärst tot. Mutter sagte das von dir. Ich habe es gehütet. Immer. Aber nach dem Angriff ging es nicht mehr. Ich wollte es reparieren, damit der Sand wieder läuft. Doch das fühlte sich an, wie ein Schlusspunkt. Wie nicht zu vergessen. Naja. Jetzt können wir nach vorn schauen. Gemeinsam. Du und ich. Und die Mutter ist scheißegal. Natürlich. Der Mann, den ich kannte, handelte nicht mit Schrott. Er reparierte Dinge, machte sie wieder wie neu. Die Teile einsammeln und das Beste daraus machen. Das kann ich auch am besten. Aber dieses eine Teil brauchen wir nicht. Boah. Die einzige Zeit, die zählt, ist die Zeit, die ich mit dir verbringe. Also zählen wir unsere Momente doch selbst. Gemeinsam. Ich bitte dich, mich zu heiraten, Dummkopf. Werde ich. Okay. Ich dachte, das sind Vater und Tochter. Okay. Aber. 2019. Es soll wohl alles möglich sein. Ich habe schon gewundert, warum der so jung ist. Hilf ihr, es zu verstehen und zu akzeptieren. Aber weil sie ja die ganze Zeit von ihrem Vater geredet hat. Denn sie braucht uns. Und ich brauche sie. Aber gut, die Mutter hat ihn nie gemocht. Jetzt schließt sich der Kreis. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das der Vater ist, der seine Tochter sucht. Alter. Ja gut. Geben das Seine. Tja. Tja. Und wenn ich auch nicht annähernd das schaffe, was ihr da draußen macht, so will ich meinen Teil leisten. Ja. Egal. U.C.A. Ich werde mich dran gewöhnen müssen. Aber es wird Zeit. Wir kommen ins UCA-Litzwerk. Ich lasse euch nicht hängen. Versprochen. Das ist hier ein Parkauf wieder in den Ringenkrieg. Na, ich denke ja. Eher schwierig. Also ja, aber noch nicht 2020. Komm mal an, wie schlimm die Quoten noch werden. Wenn die Quoten wirklich noch richtig weiter zurück gehen, dann ja. Ein Like. Und angeschlossen. Ey, da gibt's noch so viele Punkte. Schockbombe. Okay. Cool. Ich kann mich ganz folgen. Wieso bringen wir die Leute nicht ins Netzwerk? Dann können sie drucken, was sie brauchen. Du kannst nicht alles drucken. Das ist dir klar, oder? Nahrung, Medikamente, organische Verbindungen. Dein gegen GDs erwiesenermaßen so effektives Blut. All das kann man nur auf altmodische Art verschicken. Nicht über das Netzwerk. Seit dem letzten Angriff kommen die Einwohner von South North nicht mehr auf die Beine. Damit sie überleben können, brauchen sie alle Vorräte, die Lake North erübrigen kann. Geh hin und nimm den Auftrag an. Übrigens. Manchmal trittst du die Rückreise auch ohne jede Fracht an, oder? Völlige Verschwendung. Mach das Beste aus jeder Strecke, indem du immer eine Lieferung dabei hast. Zum Beispiel kam gerade etwas vom Frotthändler rein. Oder ein gemeinsamer Auftrag von ihm und der Hierarchie. Vielleicht zum Rumble. Was ist eigentlich mit John Morrison? John Morrison, glaube ich, eher aus für den Rumble. Aber Punk nicht. Genau, als er fährst du am Terminal. Vorsicht, Sam. Das Chirale-Niveau nördlich von South North City ist ungewöhnlich. Die Zahlen sollten auf vielen Zeiträgen im Gebiet hin. Scheint eine Art Unwetter zu sein, aber etwas derartiges habe ich noch nie gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt natürlich auch nicht sehe. Das Unwetter sollte direkt außerhalb meines Labors toben, aber mit dem Baby kann ich nicht nachsehen. Bis jetzt scheint es kaum Schaden angerichtet zu haben, aber könntest du für mich nachsehen? Nur halt bitte genug Abstand, okay? Was ist denn, muss ich denn wohl... Ich nehme mir Lake Nod einen neuen Auftrag an. Hat hier nicht, oder was? Okay. Okay, den Auftrag muss ich sowieso erledigen, weil ich da ja eh hin muss. Geschwindigkeitsskelett. Habe ich eins. Schockbomber. Mit diesen kleinen Schätzchen kannst du deine Feinde betäuben und dir eine kleine Atempause verschaffen. Einfach ausrüsten und werfen. Sie haben Kontaktsünder. Sie sollten alle Lebewesen innerhalb ihres Wirkungsbereichs handlungsunfähig machen. Aber mit Lebewesen gegen GDs sind sie vollkommen nutzlos. Schön. Ähm, Kraftskelett. Ich habe doch Promo noch dabei. So. Passt schon. Alles unnaden. Dann... Dann... Ist immer noch der ganze Scheiß auf meinem Schwäber. Ich optimiere das mal ein bisschen. Jetzt nicht so viel gebracht. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass er irgendwie wie er arbeitet. Auf jeden Fall, ja. Kann ich Punk eigentlich gut für den Rumble vorstellen. Aber John Morrison im Rumble, das macht richtig Sinn. So, da müssen wir jetzt hin, ne? So, natürlich ist das weit. Aber ist auch nicht schlimm. Weil ich jetzt wirklich aufhöre. Wir haben schon mehr 5 Stunden 47. 5,5 Stunden streamen wir gerade. Äh, ich glaube, das ist dann auch mal in Ordnung. Ähm. Dann würde ich sagen, dass, äh, ich jetzt erstmal den Stream beende. Und an die tapferen Leute, die hier noch dran geblieben sind, verschenke ich noch ein Sub, oder? Das Sub von heute wird noch verschenkt. Das wird noch verschenkt. Ähm. Ich hoffe, dass das nicht GeriD bekommt. Weil der hat nämlich ein Amazon Prime Ding. Der könnte hier einfach kostenlos subben. Also mal schauen. Ich wette, der kriegt das. Und mein Sub für heute. Als Giveaway. Bekommt. Tinkster. Grüße gehen raus. Glückwunsch. Ein Monat MGTV extra für dich hier auf Twitch. Ich hoffe, du freust dich. Und dann haben wir das Giveaway für heute auch erledigt. Und, ähm, ja. Dann sehen wir uns im nächsten Stream. Ähm. Der vielleicht morgen sein wird. Vielleicht gibt es morgen einen Livestream mit dem Spiel, was ihr ausgewählt habt. Keine Ahnung, welches das war. Ich glaube, das. Ich glaube, Death Stranding. Also vielleicht machen wir morgen einfach nochmal einen Death Stranding Livestream. Ganz spontan. Irgendwie abends. Keine Ahnung. Äh. 22 Uhr oder so. Weiß ich nicht. Ähm. Aber ich verspreche nichts. Wie mache ich das mit Amazon? Du gehst einfach jetzt oben auf Abonnieren. Und dann steht daneben kostenlos abonnieren. Und da klickst du drauf. Ähm. Ähm. Ja. Dann, ähm. Vielleicht morgen. Ich verspreche euch nichts. Aber. Ja. Mal schauen. Ähm. Aber ich bin auf jeden Fall nicht früh da. Also nicht 18, 19, 20 Uhr oder so. Wenn denn erst. Also so 22, 23 Uhr könnte man mit mir rechnen. Aber. Nicht früher. Also wenn überhaupt. Von daher. Wenn. Stream. Dann. 22 Uhr. Wenn nicht. Dann nicht. Samstag genau das gleiche. Vielleicht. Wenn. 22 Uhr. Sonntag. Genau das gleiche. Mein Freundeser, Geburtstag. Ich weiß es also nicht. Äh. Ob ich da die Möglichkeit habe zu streamen. Wenn. 22 Uhr. Okay. Das auf jeden Fall der Plan für die nächsten Tage. Ähm. Ja. Soweit. So gut. Grüße aus den USA. Auch Grüße zurück. Ja. Hauptsache ein Stream von dir. So muss das sein. Also wir machen da weiter mit Death Stranding. Und dann beenden wir das jetzt erstmal für heute. Freude. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Dankeschön an den guten Gottmock. Unser Champion des Tages. Kaffee-Typ. Unser Champion des Monats. Und Dankeschön natürlich auch an South Central für die fette Mitgliedschaft auf YouTube. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream. Haut rein. Schlaft schön. Und wir sehen uns. Tschüssi.